Herzlich willkommen zum Beanstag. Heute spielen wir Heave Ho. Und zwar in der Vollversion. Das heißt, es gibt richtig viele neue Level, weil wir haben sie das letzte Mal durchgespielt, weil wir so gut sind. Ich hab da andere Dinge gehört, aber ... Ah, was du wieder gehört hast. Jetzt geht's los. Ja, alles für immer. Scheißegal. Keiner weiß, was Sache ist. Wir haben dieses Mal neue Maps. Ich hab letztes Mal nicht mitgekriegt, weil der wirbt mich perfekt. Oder war ich wirt? Und ihr wart investigativ von mir unter Beobachtung. Jetzt bin ich verwirrt, ja. Es ist möglich. Aber warum kann man seine Arme nicht machen? Das macht mich wahnsinnig. Das letzte Mal konnte man sich geile Armkospekte bauen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich versteh einfach nicht, warum. Nils wird wahnsinnig, weil er seinen Charakter nicht exakt so einrichten kann wie vor Ewigkeiten. Was keiner der Zuschauer auffallen wird. Den Leuten, glaubst du, die sind doof, die Leute, oder was? Ja. Ja, sie gucken uns. Die haben das letzte Mal, hat unsere Gang was etabliert. Die Charaktere sind richtig gewachsen. Die haben sich durch die Level gekämpft. Glück einfach und laber nicht. Ich glaub, wenn morgen ne Neustelle für Game of Thrones kommt und Khaleesi wird auf einmal von Margarete Schreinemarkers gespielt. Da sagst du doch auch nicht, das fällt den Leuten nicht auf. Willst du denn nicht verstehen, dass alles jetzt anders ist? Nein, ich will es nicht akzeptieren. Wir machen das mit, du kannst, ne, linker Stick, bewegst du deine Arme und rechts Trigger, rechts drückt halten, links Trigger, linker Trigger, links, rechts, rechts, rechts. Wir haben keinen Sound, wir haben keinen Sound. Ah, ich hab mich schon an irgendeinem festgekackert. Warum hast du mich ermordet? Simon ist grün, ich bin blau. Ah, was macht ihr? Hey, hört auf. Okay. Nehmt meine Hand. Ich hab den Roten. I got you, I got you. Der gelbe ist irgendwie. Gelb, ans andere Ende, ah, die Münze. Gelb. Nils ist gelb. Was? Was meinst du mit anderes Ende? Achso, Nils! Es darf doch nicht wahr sein, Nils. Müssen wir das zusammenspielen? Nein! Okay, ja, ja, ja. Moment. Ich lage vorsichtig. Lager zu viel. Jetzt! Nein! Ja, ich hab euch! Alles klar. Okay, schwingen. Alter, der hat uns vollgekackt. Seht ihr das? Au, schau! Nicht festhalten. Yes, ich hab's geschafft. Wo sind wir? Was? Das gibt's doch nicht. Wer macht denn sowas? War denn so schlecht? Herzlich willkommen in den Hifo. Warum seid ihr so kacke, ey? Das Spiel ist selbsterklärend. Ihr seid die schlechtesten Hifo-Spieler der Welt. Ich glaube, ich glaube, wir haben schon gespielt. Ey! Wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Ja! Was? Ey, ich bin einfach still und guck mir das jetzt an. Schnell, wir müssen ohne den Grün. Wer ist der Grüne? Na, nicht! Ah, mein Kopf! Meine Fäuste! Wie kann ich mich denn bewegen? Also, so einfach durch... Genau, und du kannst dich halt vor und vor und zurückziehen. Fang mich auf! Kannst du dadurch, dass du dann, genau, die Hände sozusagen greifst, kannst du dich entsprechend auch nach vorne kraulen. Ja, und jetzt schwinge ich. Ja! Fast hab ich ihn gehabt. Wir brauchen Simon, wir brauchen Simon, wir brauchen Simon. Hier, nimm meine Hand. Was machst du, Nils? Ja, ich wollte dich ranziehen. Jetzt, nimm die Hand. Ja, ich hab's. Und ich schwinge uns jetzt. Lingen wir jetzt loslassen. Lass los. Links ist der Brote von dir, Simon. Ich lasse nicht los. Genau. Und ich schwinge. Also, mit dem Stick kannst du in die Richtung drehen, wo du hin willst. Nee, nimm mal die Münze, Eddie. Ich hab dich ja... Nee, ich muss die Münze greifen mit dem linken... Warte, warte, warte doch mal kurz. Ich greif die Münze. Hä? Wie denn? Mit meinem anderen Arm. Du hast mich... Nein, das geht nicht. Das guckst du nicht ran. Doch, lass... Kann er einmal... Könnt ihr mal aufhören zu schwingen, bitte? Könnt ihr bitte aufhören zu schwingen? Ich kann sie doch einfach holen. Ich bin doch unten. Dann musst du doch nicht alles jetzt... Warte. Lass mich doch einfach holen, Nils. Warum? Wie, warum? Ja. Sie ist weg. Okay. Mein Arm ist auch weg. Ah, nee, da ist er. Aber warum... Also, wenn ihr wollt, hol ich sie. Das war für Kostüme oder so. Das ist egal. Aber es glänzt. Wir müssen es holen. Es geht nur, wenn... Erst mal an der Liane, dann kann Nils die Münze greifen. Wir sind lang genug. Darf ich dir bescheuert? Ich komm jetzt noch mal. Ich kann nichts machen. Ja, aber Grünen, wenn du die Münze greifst, kannst du... Aber Nils hat doch eher begreifen. Was soll ich denn? Ich warte doch die ganze Zeit. Ich greife jetzt das Seil. Ja, greife das Seil. Warum ist Budi wieder da? Da will die Münze holen. Greif das Seil. Ich drücke doch. Ihr seht den Button. Achtung. Jetzt. Ich drücke. Yes. Okay, muss loslassen. So, Budi greift die Münze. Sieh, das ist doch... So ist doch... Autsch. Nicht so viel schwingen. Ja, okay, okay. So, ich schwinge links. Der erste von euch muss... Ah! Das ist so doof. So bescheuert, Alter. Ich war das. So, nimm die Münze aber direkt mit jetzt. Ich komme, ich komme. Gelb. Gelb, du kannst sie gleich loslassen. Und nein, geht nicht, reicht nicht. Ich hole sie, Nils. Ich habe die Münze. Okay. Mach die Münze da rein jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Ah, ah, warte doch. Was macht ihr denn? Ja, ja. Gut, gut, gut. Alter, wie nice. Was das denn? Habt ihr das gesehen? Grün loslassen. Grün loslassen. Ja, okay. Aber L, L. Ja. Okay, okay, ganz cool, ganz cool, ganz cool. Und rein da. Ey, wir sind die besten... Alle rein, alle rein, alle rein. Wir sind die besten HIFO-Spieler der Welt. Okay, was ist mit Lila? Ja, ich komme. Okay. Yeah. Alter, Leute, ohne Scheiß, neuer Rekord. Puh. Neuer Rekord. Aber ganz ehrlich, kurze Frage. Das sind doch die ersten Level vom letzten Mal, oder? Ja, es gibt halt jetzt mehr. Aber wir kommen da bestimmt ran. Ich glaube, wir hätten einfach ein höheres Level auswählen können. Ja, aber ist doch gut, jetzt kommen wir auch rein. Ja, aber wollt ihr jetzt wirklich 20 Level nochmal exakt vom letzten Mal spielen, wenn wir doch neue haben? Ich wäre auch dafür, gleich mal zu wechseln, dass die Zuschauer auch mal was Neues sehen. Aber ansonsten können wir ja noch mitnehmen. Oder wir gehen nochmal in die Charakterauswahl. Budi, warum bist du so zynisch und zersetzen? Warum kannst du dich nicht mal liebevoll und konstruktiv? Die liebe und konstruktive Zeit ist vorbei. Alter. Okay, warte, ich habe die Münze. Ich werfe die Münze. Schwingen. Ja, wie soll der Simon? Simon holen noch. Ey, lass mich ja erst mal die Münze da reinwerfen. Ich kann mich ja auch. Okay, shit. Warum war das? Sehr gut! Na, Quarterback! Kann man springen? Ja, nö. Also, ja. Was bedeutet denn A eigentlich? Rollen wir nur, nur, eben, nur. Ey, es wütend. Machst du. Ja. Piep, piep, piep. Okay, ich habe die Münze. Ich lass los, ja? Und ich halte mich an einem Film. Ich lass los. Hallo! Okay, wir müssen doch eher noch sein, oder nicht? Ich hänge doch dran. Schwingen. Wir müssen es da oben hoch schwingen. Ja, ich lass es los beim nächsten Schwingen. Alter, Mann! Oh, der Beste ist hier oben. Hey, Leute, ich bin's! Das ist jetzt mal gelaufen, würde ich sagen. Hallo, Leute! Wuhu! Ich warte auf euch, okay? Ich mache hier eine Party mit dem Tukan. Tukan-Party. Ja, ihr müsst doch nicht euch alle festhalten. Es reicht doch, wenn ihr euch an mir festhaltet, du Deadpool. Halt dich an deinem... Tukan weg. Ich habe den. Uuuh! Hallo, Tukan! Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Jawohl. Ja, okay. Simon, lass los. Hol die Münze noch. Oder ich hol die Münze. Uuuh! Uuuh! Ah, Tukan hat mich erwischt. Ich habe die Fass. Ey, guck mal, Leute, das ist Tukan Shakur. Wollen wir ein Album aufnehmen? Ey, es ist voll schwer, ne? Yes, was? Die scheiß Münze. Einmal runter, wir brauchen mehr Schwungmasse, das reicht nicht. Gerade, 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 kann ich schwingen. Gerade, genau. Jawohl, nochmal. Warte, warte, warte. Simon, nicht schwingen, bitte. Nicht schwingen. Ich mache gar nichts. Ich bin das Ende leider vom Seil. Bei mir schwingt es am meisten. Sterbe ich jetzt da unten? Ne, jetzt müssen wir den richtigen Schwung mitnehmen. Ich schwinge. Alter! Oh, das war zu viel. Ja, ja, das war zu viel. Warte, ich schwinge. Nils, du könntest dich eigentlich so anbieten, dass du uns helfen könntest. Ne, das war so lieber zu drücken. Anstatt Spagat da machen. Aber der Tukan, nicht, dass der wegkommt. Das ist die vielleicht schlechtesten Mitspieler aller Zeiten. Du musst dich lang machen. Die hängt da fest irgendwie, die Münze. Alter! Du musst dich lang strecken. Aber geht das nicht so? Ich bin so ein dickes Gewicht am Ende. Ja, 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 es wird was. Ne, ich fang uns auf. Ja, ich hab euch. Was denn? Was? Ihr wart doch schon viel weiter. Oh Gott. Das ist dir nicht zu glauben. Ey Leute, ich weiß auch, wie der Song heißt, den wir aufnehmen mit Tukan Shakur. Und zwar, Digger Tukan mal. Ich hab ihn. Okay, wir sind im Loser-Modus. Sehr gut. Ja, ey, lass uns selber schwingen. Guck mal, ich hab was auch immer gemacht. Hab ich alles gerettet gerade? Das ist der Hilfe-Modus. Wenn wir sozusagen das... Ey, seit... Mit Abstand? Ne, das ist... Basketball! Oh, ist das geil. Oh, ist das lustig. Ich weiß nicht, was passiert. Ich auch nicht. Okay, wir da. Die Bälle müssen wir rein. Aber wie kann man denn... Wie kann man sich bewegen? Oh, ist das super. Eine nach dem anderen. Oh nein, 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 nein. Ich hab mich getroffen. Nice, ich hab getroffen. Jawoll! Oh, come on, Blaui. Das ist ja super. Oh, geiler Nils. Und dann ist der Wurf gekommen. Komm los, wir arbeiten zusammen, Leute, übrigens, ne? Echt? Ja. Come on, come on, come on. So, wann kommt das Ding? Völlig falsch. Ey, das war ein Pass. Hammer. Zehn Sekunden noch. Das ist ja so dumm. Das ist super. Come on, come on, come on, an. Einer noch. Ah, ja. Ah, zählte nicht mehr. Oh, komm. Na, komm. Das war super, ey. Yeah. Yeah. Das war richtig gut. Wer hat vor diesem Midi-Spiel? Oh nein, wir sind... Ja, weil... Ah. Festhalten. Simon, ich hol dich. Ich hab dich. Was das sei. Soll ich jetzt? Jetzt kannst du loslassen. Jetzt kannst du loslassen. Genau. Oh Gott. Ich werf dich rein, ja? Bist du bereit? Okay, okay. Ich mach gar nichts, ja? Okay, sehr sauber, Eddy. Ja, du musst nix machen. Mach nix. Loslassen oder so? Ja, willst du mich verarschen? Oder wie der Vogel da sagen würde, Tukan ist gar nix. Ich hab auch jetzt Samt Fippmann noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Tukan? Tukan, ja. Warum Tukan? Weil er ein Tukan war. Was ist ein Tukan? Was ist ein Tukan? Alter, Tukan. Was ist ein Tukan? Nils? Willst du, äh, nee? Ein Vogel? Oder Tupac? Oder... Alter, nimm doch jetzt die Münzen. Scheiße damit. Warte, 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 warte. Ja, Alter, du hattest so viele Chancen. Komm, scheiß drauf. Scheiß auf die Münze. Oder doch, komm, wir holen sie. Jetzt aber, jetzt... Nein! Nein! Oh Gott, wo bin ich hier reingeladen? Jetzt, 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 jetzt. Wie schaffen's? Lass mich los! Ich mach doch gar nichts! Lass mich los! Ja! Gar kein Problem! Wann muss ich den loslassen? Ja, Mensch, komm. Ich kann mal hier ein... Stell eine Frage und wir hätten nur dumm angelabert. Wo sind wir? Da! Oh, die weiß! Oh Gott! Geil! Geil! So, rüber! Ich schwing dich rüber! Ja, ja, schwing dich rüber! Rüber, rüber, rüber! Jawohl! Jawohl! Ja, easy, ey! Unter sechs Minuten, Leute! Aber... Der fickt haben wir den Level. Kurze Frage. Wollen wir jetzt wirklich die alten nochmal spielen? Oder wollen wir nicht die geilen neuen spielen? Ich würde auch gerne die geilen neuen spielen. Das muss doch irgendwo möglich sein. Ich glaube, wir haben einfach einen falschen Parcours gewählt. Korporativ. Korporativ. Rechts. Noch weiter. Da ist noch der Letzte, wo noch kein Ding voll ist. Oh, geil! Aber die müssen wir halt freispielen. Ja, wo ist denn der Erste, der, also, you know, den wir angefangen haben? Ja. Ja. Da. Ja, dann müssen wir weitermachen. Ist doch gut. Okay. Okay. So, geil. Jetzt haben wir einmal hier noch geübt und jetzt sind wir eh mega geil. Nein! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Warum sind wir alle so doof? Warum sind wir so dumm? Was willst du denn jetzt machen? So, jeder ist für sich eingestellt. Scheiß auf die Münze. Die Münze sehe ich schon so sehr. Ich finde auch, mit euch war es schon mal geiler. Ich mag es euch so sehr. Ah! Oh, wer ist der Grüne? Schade, dass ich an den Grünen geraten bin, der mit Abstand... So, wer zuerst ins Ziel kommt. Okay, warte, ist ja Mord euch. Hey! Was war denn das gerade? Das ist schön. Oh Gott, ey, Mabel. Das ist super. Okay. Warum seid ihr denn so elendig dumm? Lass mich in Ruhe! Ich habe das Gefühl, jetzt versucht es gar keiner mehr richtig. So, jetzt hier schwingen. 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 Ey, warum? So, wo? Und Lila, warum? Yes! Du warst es, ne? Ja. Warum? So knapp! Wie ihr halt unfähig zur Kooperation seid. Ja. Jetzt wir beide. Roti hier. Lass los. Jetzt lass los. Oh, dummer Rota. Warum denn? Ich bin, ich bin, ich halte mich jetzt hier bereit für euch. Warte. Ja, genau, genau. Schwung. Grüni, du musst es steuern. Perfekt. Nehmt einfach die Münze als, als Pfand. Grüni, lass los. Wir brauchen die anderen nicht. Warte, ich sag, wenn du loslässt. Und lass los, Grüni. Guck mal, jetzt. Wir brauchen jetzt mit. Alleine schafft man es nicht. Klar. Simon, wir brauchen die anderen nicht. Wir können alleine. Und ihr könnt das Level nicht beenden, bevor alle drin sind. Egoismus bringt hier nichts hin. Ich bin der Gelbe. Warum will ich nicht? Warum will ich nicht? Ich bin der Dritte. Ich helfe euch jetzt hier. So, hier, easy. Easy runter. Easy locker weg jetzt. Easy locker weg. Ich hab die Münze. Schwung. Schwung. Lass los. Bitt jetzt. Der Grüni. Und lass los. Nein, zu spät. Oh, der Rote ist mit Abstand der Dümmste. Mit Abstand der Dümmste, der je gelebt hat. Eddie, du hältst mich fest, ne? Mit links. Warte. Ist gut. Hier, ich, hier. Kommt her. Sehr gut. Grün musst du hier mich festhalten. Los, Gelb. Wir haben die Münze schon. Deshalb ist die auch grau übrigens. Wir müssen einfach rüber jetzt. Oh nein. Ihr habt mich zu weit. Warum habt ihr mich am Wort? Ey, das passt perfekt, wenn wir uns einfach lang... Halt die festen. Ja, warum? Lass mich doch mal los. Ich verstehe das nicht. Ey, Budi. Bin ich? Nee, nee, Eddie muss... Du bist... Wer ist lila? Ja, gut. Wer ist lila? Ja, ich... Ach, nee. Ja, das ist gar kein Problem. So, jetzt grün hält fest. Grün hält sich mit links fest, bitte. Genau. Ist doch alles easy. Wir sind so gut. Wart ab, wir haben neun Rekord. Wir haben neun Rekord, Leute. Unter drei Minuten acht. Bestes Team auf der Welt. Bestes Team auf der Welt. Bestes Team auf der Welt. So, wer zuerst rüber ist, alleine. Okay. Komm. Ja, sehr gut Siegwort. Komm. Ich hol euch. Spring. Wenn ihr jetzt loslässt, gelb, äh, gelb, lass mal los. Äh, genau. Das sieht doch ganz gut aus, wenn jetzt... Moment, wir holen euch, wir holen euch, wir holen euch. Warte, das war nur ein Scherz. Nein, das war nur ein Scherz. Berühmte letzte Worte, warte. Nicht da, nicht da. Okay. Nicht am Gesicht. Nicht am Gesicht. Au, au, au. Au, au. Vorsicht, das ist mein Achsel. Werdet jeder von euch irgendwie der Erste sein. Rüber. Wuuu. 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 Oh, 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 oh. Wer hat zu stellen da an mir gerade festgehalten? Ich. 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 Jawoll, Eddy. Äh, äh. Ah, fast verknappt. So, einmal beim Simon warten jetzt. Jetzt bitte machen sie da rein. Jawoll. So. So. Was jetzt? Und Schwing. Wuuu. Yes. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Bleibt hängen, dann kann ich mich da schön. Zu gern. Lila muss ihn einfangen. Lila muss ihn einfangen. Ja, ich bin da. Ich bin da. Nein, nein. Wir haben dir das Ding geschafft. Wie? Warum? Wir sind euch einfach schlechter als das letzte Mal. Ja, hab ich euch jetzt alle rübergezogen. Autsch. Warte, äh, warte, warte, warte. Ich hab euch schön hier hinten. Dann lasst doch mal los, ich hab euch. Ja, okay. Alle lassen los. Okay. Okay. Okay, jetzt. Beim nächsten Schwingschwung lass ich los. Schwingschwung. Ohhhh. Sieh zu spät, Nils. Sieh zu krass, Alter. Ja, das war doch scheiße. Nein, das war schon okay. Ich hab die Glückse. Ich bin da. Hey, warum sind wir denn jetzt vielleicht da als bei den ersten? Egoismus trinkt nix. Okay. Okay. Wuuu. Ja. So. Warte. Achtung. Oh, ich bin aus und sehen. Ah, zu viel. Scheiße. Aber die Richtung war gut. Weiter gibt's hier so einen Ballon. Ah, shit. Verpasst. Alter, wer hält mich am fest? Ich. Alter, ich will eigentlich nur mit. So. Okay. Wirklich gelb? Na gut. Alter, ich lass... Wie wirklich gelb? Naja. Obwohl ich offensichtlich... Was heißt denn sicher gelb? Das musst du... Nein, ob du weiter unten dich nicht... Fuck! Du hast dich so mit dich festgehalten. Das meinte ich. Aber es bringt jetzt ja nix. Uuuh. Jetzt komm ich. Okay, komm, wir holen's jetzt. Äh, Eddie. Ja. Ein Tugan ist übrigens ein Vogel. Achtung. Bitte? Ja. Ein Tugan ist ein Vogel. Ich hab ihn. Wenn du... Der ist verwandt mit dem One... Okay, warte. Ich lass los. Okay. Okay. Sehr gute Kombo. So. Und jetzt schaffen wir das. Juhu. Macht's doch einzeln. Wieso lasst ihr nicht... Ne, alle zusammen, dann können wir doch uns... Haben wir die Chancen viel größer. Das klappt das optimale auch nicht. Das muss doch nur der Grüne einfach loslassen. Okay, dann lass ich los. Aber erst, wenn der Schwenkschwung da ist. Ja doch nicht jetzt! Wenn der Schwung da ist! Ah. Oh. So. Ah. Hier. Nehmt den Ring. Ja, ich hab den Ring. Ich weiß nicht wie, aber... Jawoll. Ist hier geil! Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott! Im Himmel! This is hard. So. Ich hab ihn, ich hab den Ballon. Okay. Mit zwei Mann geht's. Simon, wir müssen dich alleine lassen. Tschüss Simon. Sorry, du warst zu schwer. Huuu. Eddy, fang uns, fang uns! Eddy, bei uns! Jaaa! Warte jetzt. Äh, warte mal. Ich hab den Ballon... Ist den Ballon los? Ne, wir wollen Simon damit noch einfangen. Okay. Ja, so ist gut. Rutsch runter, dann sind wir schwer genug. Du kannst am Ballon entlanghangeln. Was macht ihr denn? Ja, voll, Simon. Okay. Überlebe einen Ballon von 30 Sekunden lang. Wir haben einen Schiff mit freigeschalten. Komm, 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 komm! Jawoll! Jaaa! Von wegen, lass den Ballon los. Ja. Ey, ich finde das haben wir richtig prima gemacht. So, das haben wir jetzt aber echt gut gemacht. Mal loslassen. Außer... Ich finde wirklich, das war eine ausgezeichnete... Der rote fehlt. Ausgezeichnete Leistung. Jaaa! Mit Ballon! Yes! Juhu! 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 Wer hält mich denn fest hier? Ich glaube die Frage ist, wollen wir zusammen abspringen? Jaaa! Und die Münze dabei! Jaaaa! Juhu! gut aus. Zu weit. Alter, Eddy. Die Münze leider nicht. Wollt ihr euch erstmal, soll ich loslassen? Ja, lass los. Ich dachte, ja, aber so wird es doch nix, wie wir da hängen. Ist doch gut, lass los. Ja, wie? So wird es nix, ja, ist doch gut, lass los. So, okay. Achso, ich bin gar nicht an euch dran. Ich hab die Münze. Eddy soll ich die Münze zuwerfen? Warte, noch nicht. Und... Warte, wer hat da... Was ist da los? Das muss man echt ein Herzball hinkriegen. Au. Okay. Soll ich einfach loslassen, oder was habt ihr vor? Nein. Komm mal hoch, du müsst klatschen gegen die Wand. Ich mach doch gerne, aber ihr müssten mir doch sagen, was? Der Liederne muss erstmal hoch. Ich kann nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Was? Alter, ich lass jetzt los. Nein, warum? Ja, weil wir genug Schwung haben. Wir haben überhaupt gar keinen Schwung. Doch, wenn wir jetzt einmal... Jetzt, jetzt, jetzt klappt's, jetzt klappt's. Und loslassen. Alle festhalten. Warum? Wir waren mega gut. Ich fand auch, wir waren doch eigentlich weit oben. So. Okay. Ja? Ich lass los. Vielleicht sollten wir eher ein Ball sein, oder so. Statt hier so eine längliche... Aber nicht schlecht. Äh... Wir können doch erstmal alleine versuchen, ein Gefühl zu kriegen. Sehr gut. Sehr gut. Ah, warte. Ja, genau. Wir haben... Juhu! Warte, ich... Nicht abhauen. Ja, bleibt so. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja, ne, meine Hand. Ja. Das ist perfekt. Geil. Ja, ohne Münze jetzt. Ist egal, oder? Ja. Nice. Ah, nice, ey. Tugang. Dieses Spiel, ey. Was ist das für ein Spiel? Oh, ey, das war schlimm. Ich erinnere mich. Das ist jeder vor himself. Wir haben uns doch nicht immer gegenseitig irgendwann auch ermordet und so. Ups. Wer hält mich fest? Gell, lass mich. Alter, voll gesaut worden von dir. Ja, wir haben es geschafft! Tudu! Warte mal, ich will den Hebel ziehen. Ne, das bringt nichts. Bringt nichts? Einfach schwingen. Yes. So elegant. 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 Unter einer Minute. Oh, jemand sagt, vielleicht brauchen wir Münzen, um die neuen Level freizuschalten. Da kann man natürlich auch drauf umdenken. Das klingt irgendwie schlau, oder? Ja, komm, da müssen wir Münzen holen jetzt. Ab jetzt alle Münzen holen. Warte mal jetzt! Ey, Pudding, geh weg! Ey? Okay, und jetzt? Schöne abschwingen auf die rote Linie. Wir sind nicht genug Schwung. Wir sind nicht synchron. Jetzt sind wir synchron. Ja. Ach, was? Ach, ich bin nie runtergekommen. Bin ich denn da gelandet jetzt? Nicht mich anfassen. Lass mich in Ruhe. Boah, nice. Lass dich. Lass dich doch über mich. Gelb. Ey, lass mal, lass mal. Okay. Ich schwinge und lass los. Bist du bereit? Ja. Und... Ah, shit! Oh. Ne! Genau die falsche! Geht's, Simon? Ja. Hey, hey! Okay. Oh nein! Ihr habt mir das Zeug weggenommen, ey! Ihr habt mir das Zeug weggenommen! Okay, dann kannst du loslassen. Rot. Wo ist denn das? Ja, die müssen erst mal nachziehen. Ja, grüni! Okay. Uh, okay. Das war ein Versuch wert. Warte, ich lass gleich los. Nee, das war jetzt nicht gut. Nicht zu viel schwingen. Ja, warte. Äh, äh, äh. War gar nicht so schlecht. Ja, ist super. War gar nicht so schlecht. So, lass los. Warte, warte, warte. Ich hab, lass los. Rot, lass los. Warte, warte. Und lass los. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich hab, lass los. Gell? Soll ich dich einfach darüber... Ach, ich wollte den Tukern haben. Achso, soll ich los, lass nur du. Dann lass ich los. Hast du? Ich lass los. Ich hab dich, ja, ja. Okay, gut. Warte, warte. Okay, ich hab dich. Lass los was in den Mund. Oh, Moment, Moment. Jetzt. Warte, jetzt schwingen? Ja. Erstmal hier richtig geil rumschwingen. Schwingen. Und... Nein! Ah, nein, tut mir leid. Falscher Button. Da hat er ihn ermordet. Eiskalt. Äh... 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 Oh! Nein, nein, nein! Ich dachte, einer von euch hängt da noch. Ihr habt ja alle an mir gehangen. Tut mir leid. Das sieht man manchmal echt schwer. Soll ich hier warten? Äh... Ich warte auf euch. Ich war angebisst. Was ist los? Ich hab den, wer auch immer der gelb ist. Ja? Hast du mich? Ich lass los. Ja, okay. Also, das ist keine gute Idee, oder? Doch. Das schwingt viel zu kraft. Ja, lass los. Ich? Ja, grün lass los. Okay. Und jetzt klump ich da durch. Das ist doch super. Und los! Oh, sehr! Die sind die Besten in diesem Spiel. Mit Abstand. Nein, ihr Schweine! Okay. Ja, so ist gut. So ist gut. Jetzt kommt Eddy noch und dann... Sehr gut. Okay. Und jetzt... Bereit? Ja. Und schwing. Und los. Stopp, stopp, stopp! Ja, ja, halt dich fest. Jawoll! Nein! Hey, wo bin ich? Oh, ich hab falsch losgelassen. Wo bin ich? Ich bin weg. Äh... Na, es gibt wahrscheinlich keinen Ort, wo du quasi... Achtung, ich lass los. Wie, wann ist das denn? Und der Rode? Kannst wahrscheinlich nur noch respawnen. Der Rode muss das machen. Ja, 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 ja. Ja, lass ihn doch mal... Gib mir! Ja, das kippst doch gar nicht! Das probiert wir da! Von allen Möglichkeiten. Okay. Alter! Äh, Eddy, bist du das oder was? Ja, gut. Okay, ich halte. Wir dürfen nicht zu weit runter, sonst sterben wir da, glaube ich, unten. Simon noch ran? Okay, toll! Und jetzt los! Warte, warte, warte. Okay, seid ihr bereit? Da ist die Münze, ne? Okay? Nee, nee, wer hat überdreht? Okay, los! Fangen, fangen, halten. Wer hält denn? Oh Gott! Gut, 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 gut. So, einmal kurz, einmal kurz. Ich lass mal eins los. Nach oben, nach oben. Alle nach oben drücken. Okay. Oh, grün, sehr gut. Ich lass jetzt los. Okay? Ja. Und jetzt? Man sieht gar nicht, wer du bist. Ah, der. Wie könnte man das kriegen? Ja, so ist gut. So, und jetzt, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Wir können erst mal ans linke Seil ran. Erst mal links ran. Erst mal links ran. Halt fest. Hab ich? Ja. Und jetzt grün loslassen. Okay. Okay. Und jetzt hoch. Ah, beinah. Das reicht nicht, ne? Das könnte eigentlich, könnte es reichen. Warte, ich lass. Jawohl. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Was machen wir denn jetzt? Nee, es geht. Simon, komm mal nach oben. Und... Ganz ruhig. Eddie, ich halte dich links fest. Kannst du deine linke Hand... Also, Simon, versuch mal zu Eddies linker Hand zu kommen. Eddie, ich halte dich fest, okay? Okay, zu Eddies linker Hand. Ja, genau, da. Ja, das war genau richtig. Aber du willst die... Aber dann fallen wir doch alle runter. Nee, nee, nee. Ich halte ihn fest. Also, Eddies Hand macht und frei gemacht. Von hier, ja. Ja, genau. Ach, was... Ah, schick. Ja, ja, ja. Jetzt auch. Nee, weil ihr... Seid Handschuh an Handschuh. Du musst ja mal Arm festhalten. Dann geht das. Pass auf. Simon? Ah. Lasst uns... Warte mal, wer ist das da? Budi, bist du rot? Nee, ich bin der vollgekackte Weiße gerade. So ist doch gut. Ja, sonst kann... Wenn Eddie mich mal gleich loslässt... Warte, ich sag erst... Ich muss mich dann festhalten können. Und dann... Warte mal. Das halte ich nicht mehr. Ich bin tot. Okay. Und die Münze ist auch wieder weg. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber... Aber jetzt können wir ja justieren. Dann greif mal... Greif ihn mal so. Also, der Lilane muss den Grün am Arm festhalten, sodass der Grüne die rote Hand frei hat. Äh, ja, dann lass ich jetzt Eddie los, oder was? Nein, also... Nee, der lilafarbene, oder? Ja, ich bin ja lila. Warte mal. Hier, so. Am Arm festhalten. Jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich was... Ah, okay. Jetzt, ich hab dich alles klar. Ja, dass du beide... Genau, so ist super. Jetzt kann der sich mit einer Hand... Das reicht aber nicht. Ja, gucken wir mal doch. Wir sind... Okay, vorsichtig. Das reicht. Ah, fast nochmal schwingen. Eddie Dobbs ist hier nicht festhalten mit der rechten Hand. Und nochmal schwingen. Ah, was? Gott dammit! Ah! Ich sag scheiß auf die Münze. Ich sag scheiß auf die Münze. Ja, wir brauchen die ja scheinbar, oder nicht? Nein, brauchen wir nicht. Was? Es gibt noch genug andere Münzen. Wir haben auch eine Pflicht den Zuschauern gegenüber, ins nächste Level zu kommen. Ja. Scheiße. Das ist so hardcore. Das ist hart. Uuuuh! Ach, da bin ich. Schwingen. Uuh! Okay. Oh, Vorsicht! Oh! Ah! Ah, ihr habt es gesehen? Ich versuche es mit meinem Körper. Na, come on, ich schaff das. Kannst du nicht quasi... Ich glaube, wir müssen da einzeln drüber schwingen. Sonst sind wir zu lang. Okay, dann lass ich jetzt mal los. Oh, shit, ich hab dich. Okay, ich lass dich los. Wer hält mich fest? Ich? Ja, lass es. Sicher? Ja. Was ist dein Plan? Ich dachte, du willst ... Ja, mach ich auch. Nein, nicht! Ey, mach das! Ey, ey, geh mal weg! Oh, shit, Alter. Nils, jetzt kannst du's gerne mal versuchen. Mach du, Simon. Warum? Nein! Was ist ihr denn? Einer nach dem anderen von dem gelben Block. Einer nach dem anderen. Oder eine Kette bilden von gelb zum roten Block. ... ... ... ... ... ... ... Versuch's mal allein. Ich glaub, allein geht besser. Seid ihr bereit? Ich mach jetzt ... Schwing, schwing. Oh Gott, ey. Es reizt. Oh! Oh, du hast mich quasi nicht aufgenommen. Nein, da ... Alter. Haha! So, jetzt. Das ist eine gute Position. Für den Schwingschwung. Ja. Sehr gut. Ja, scheiße. Jetzt komm ich nicht mehr ran, ey. Oh, ey. Ich hab versucht noch die, äh ... Ah, ich wollte gerade auffangen. Das gibt's nicht. Ha, 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 ha. Hier, ich fang euch auf. Wer ist grün? Simon, ne? Ja. Soll ich bichern oder willst du? Nö, lass mal alleine machen. Ich glaub, das ist wirklich leichter. Ja, ja. Aber ich meine, wer von uns will zuerst? Genau. Wann schon ruhig zuerst. Ups. Uff. Gut, gut. Das war nice. Ich hab dich, Bruder. Wie dumm, ey. So. Jetzt. Hängst du da für mich eigentlich? Ja. Ach so. Was machst du, wenn ich jetzt loslasse? Auch nicht. Mann. Ist so schlimm. Geh mal an die rechte Seite von dem Würfel. Ich komm nicht ran. Ja, man ist ja nicht. Ja. Ja. Booty. Bisschen Schwung nur. Ja. Genau. Okay. Sehr gut. Okay. Geh weg. Geh ins Ziel. Du musst mich loslassen. Ja. Das geht zwar nicht. Ich hab dich losgelassen in dem Moment, wo du es gesagt hast. Der fliegt von Simon. Wie sehr ihr mich alle ankotzt. Ich lass dich loslassen. Ich lass dich loslassen. Ich lass dich loslassen. Warum hast du mich loslassen? Ahhhh. Come on, buddy. Ja. Du kannst direkt, wenn du nach rechts drückst beim Respawn, landest du auf dem rechten. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Lass mal los. Ich versuch den zum Simon zu bringen. Hier, buddy. Okay. Jetzt kommt er wieder fest. Komm, wir springen auch rüber. Wir bauen eine Brücke los. Nein, nein, nein. Ich fahr, ich schaff das. Hört doch mal auf. Okay. Ihr hattet zwei Stunden mehr Training als ich. Okay. Huh. So. Wackelt denn so? Das sieht doch gut aus. Nee. 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 Yes. Oh, ich bin nicht letzter. Nils, lass los. Ah. 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 Yes. 14 Minuten. Alter Schwede. Wir haben die 14 Minuten für dieses Level, alter Schwede. Das kannst du keinem erzählen. Ach. Oh Gott. Nächsten Parcours, oder? Ja. Sind wir bereit für den nächsten Parcours? Ich weiß es nicht. Natürlich sind wir bereit für den nächsten Parcours. Oh, ein Ei? Alter, wer ist grün? Da müssen wir die Eier rübertragen. Ja. Wir müssen das Ei ins Ziel schleppen. Okay, ich hab hier irgendein Ei, glaube ich. Ich hab das Ei auf jeden Fall. Ich auch. Ich hab das Ei. Okay. Ich hab einen von euch. Soll ich grün loslassen? Dann kann ich euch. Ich soll loslassen. Ja. Und jetzt? So, ich lass los. Und Simon kommt mit dran. Genau. Moment. Jetzt. Ja, ja. Jetzt haben wir es gleich. Ah. Gut. Macht mal eine Kette. Macht euch mal einen langen. So, ich hab's. Rot los. Rot kann loslassen. Jawohl, ich lass los. Okay. Und rein ins Ziel. Alter. Achtung, es darf nicht kaputt gehen. Rot. Rot einfach loslassen gleich. Jetzt. Jawohl. Jawohl. War das geil. Pro Gaming. Gar kein Problem, ey. Bam. Wieso bin ich gestorben? Alter, du bist so dumm. Du bist ein Witz, oder? Alter. Ernsthaft? Wirklich ernsthaft? Das schafft er trotzdem so easy. Guck mal hier. Das hast du überhaupt nicht mitgekriegt, ey. Trotzdem zerstört es uns halt unseren Zeitrekord. Ja, aber echt, ne? Und die Leute waren echt richtig beeindruckt gerade. Alter. Ja. Ich kotze ab, Alter. Blau ist das neue Grün. Ja, 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 ja. Das ist ja grausam. Oh, wieso denn? Wieso ist das so? Es ist grausam. So, ich komm jetzt hier auf den kürzesten Weg. Geh doch einfach oben lang. Nein. Jetzt umrundet er den Planeten noch. Bist du eine Raumsonde? Oh mein Gott. So, jetzt sind sie beide lila. Eigentlich ist dieses Spiel ein Psychogramm. Es ist, ja. Es gibt einen ganz klaren, einfachen Weg, den man gehen kann. Aber Budi findet 100 Wege, die nicht funktionieren. Wow! Wow! Ey. Respekt. Allein dafür, dass das klappt, das geht eigentlich gar nicht. Ihr seid halt einfach mega lame, ey. Ihr könnt das gar nicht, ey. Gar nicht, ey. Bam! Ich liebe dieses Spiel wirklich. Abgörnisch. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich hab ein Ei, Leute. Wollt ihr auch ein Ei? Hier. Kann einer mal dem Ei anfassen? Jawoll, Ei angefasst. Simon, kannst du an die Kette an Nils ran? Ja, sehr gut. Nee, ich hab nicht Nils. Ich hab die... Moment. Ihr müsst einfach mal... Budi, du musst loslassen. Jetzt hab ich, glaub ich. Okay. Bum, bum, bum. Hast du? Hast du, hast du? Oh, schade, sehr dumm. Die linke Schnur, oder was? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch die echte bekommen. Ich lass los. Okay, lass los. Simon. Okay. Ich lass los. Sensationell. Sind noch nicht alle drin? Wer ist grün? Grün! Alter. Oh Gott. Easy. Ich bin mir nicht sicher. Ja, hab das... Äh! Nach unten. Äh! Ach. Ja, das ist doch geil. Neuer Rekord. Fast unter einer Minute, Mensch. Das wäre ein sensationeller Run gewesen. Gibt's eigentlich sowas wie Speedruns da? Ja, will ich. Ich will das alles. Immer das Speedrun. Ich seh schon, dass wir Talent haben. Okay, you hopp das Ei. You hopp das Ei dabei. You hopp das Ei. So, sie greifen mich. Nils, Bohmhoff. Jawoll. Simon, der ist los. Eddie, Eddie. Das Ei! Ich hab's euch noch gemacht. Ich hab's euch noch gemacht. Ich hab's euch noch gemacht. Das Ei! Das Ei! Ihr grabt doch das Ei. Aber das Ei wird immer gut ziehen, wenn es ihm und das Ei greift. Ich glaub's nicht. So ist gut. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ja, ich mach doch gar keinen Sinn. Ja, ich mach doch gar keinen Sinn. In das Köpfchen, nein. So, Eddie lässt los. Und... Und Schwingschwung. Wir sind einmal umgewickelt. Einmal einfach... Ich hab das Ei. Jaaaa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meine, meine rechte Hand ist frei. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab das Ei, Simon, du kannst das Ei loslassen. Dann kannst du greifen. Die rechte Hand, genau. Jetzt kannst du die rechte Hand greifen. Ah, easy. Jawoll. Okay. Jawoll. Okay. Und jetzt oben lang dann, wegen dessen ist der Arm länger. Ja. Vorsicht. Oh, spitze. Der Rohde, der Rohde. Ich hab' schon mal einer von euch. Du musst mal meine Hand loslassen. Oben gab es schon. Dein rechter Hand loslassen, bist du sicher? Ja. Ah! Okay, ist das... Oh! Nicht das Ei! Ich wollte Eddie helfen. Von allen Dingen, nicht das Ei! Juhu! Das ist alles kaputt gemacht! Mann! Das gibt es doch gar nicht. Boah, ich gehe jetzt... Lass mich... Diese Dummheit von allen. So, ich habe das Ei. So, wer ist rot? Loslassen! Nils, loslassen! Nils! Ja, ja, ich lasse los. Okay, ich habe uns. Ja, dann lasse ich los. Hat traut mir. Sehr gut. Obenrum, ich lasse los. Und Simon auch loslassen? Ja, ich warte erst mal. Ja? Ja, mach. Bitte nicht reinfallen. Na oben, nach oben. Ich sag's noch! Alter, weg! Warum, Blau? Nimm einmal das Ei. Ja, ich versuch's. Ich glaube, ich habe... Da ist mein Kopf los. Au, meine Haare. Ich kann's nehmen, wenn mich jemand in Ruhe lassen würde, der da hängt. Ja, ja, dann nimm. Hast du das Ei? Okay. Kannst du das Ei zu mir sozusagen hochsetzen, dass ich auch... Jawohl. Alles klar. So, jetzt machen wir's. Jetzt wird es super. Bonusrunde, Bonusrunde! Grabsch das Seil! Grabsch das Seil! Grüni! Grüni! Ah, Grüni! Das Seil grabschen! Ich weiß nicht. Grüni! Mit deinen Händen! Grüni! Nein! Das ist doch ein Eifer! Dann Blaui, Blaui! Blaui! Du hast auch noch eine Hand! Ja! Tanzeinlage! Oh, nein! Vorbegegebenenwägung. Okay. Okay. Dafür gibt's Münzen, Leute. Wie geht das? Wie kann man diese... Das ist super. Das ist geil. Was? Ah, man muss Faust und sowas auch mitbeachten. Man muss die Faust auch mitbeachten. Ja, klar. Das ist ja supergeil. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Wir sind die Besten, glaube ich. Ich hab Mauna. Da, 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 da. Wea, 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 wea! Und dann dauert Schiss runterzufallen, wenn man nichts drückt. Kann das sein, dass wir zu gut sind? Oh, es geht immer schneller! Nein, ich bin abgerutscht. Shit. Oh, jetzt geht's aber schnell. Hammer. Haben wir es? Wir haben es geschafft. Wir sind die Superspieler. 87 Prozent. Das war nicht schlecht. Weltrekord. Acceptable. Ich will mit der Belohnung. Genau, bevor wir dieser spektakulären Aktion, diesem Level, oh, haltet euch fest. Der kann, oh, ja. Wenn das weitergeht, sind wir nach der Werbung. Hui, ich bin gespannt. Die Finger weh. Ei, ei, baby. Gut, so machen wir das. Ach, was seid ihr wieder? Herzlich willkommen zu Heath Hole. Heath Hole. Heath Hole. Heath Hole. Alle anfassen. Zwei. Das wird nicht klappen. Drei. Vier. Das hat nicht viel gebracht. Ich hol das Ei. Keine Sorge. Hau dich ein. Was ist das? Simon, wer ist der Rote? Ich bin grün. Ja, jetzt habt ihr es. Wir sind nur noch durch das Ei verbunden. Peter, lass los. Grüni. Geld muss er drücken. So, Nils, loslassen. Er, er, loslassen. Soll ich loslassen? Nee, nee. Grüne. Wieso denn Grün? Oh Mann, ich Idiot. Ja, alles gut. Und jetzt greifst du, jetzt kletterst du runter zum Ei. Soll ich dir wirklich das Ei nehmen? Ja, ja, du greifst das Ei. Mit der rechten greifst du das Ei und dann lässt du los. So. Wir werden L loslassen. Ja. Jetzt sind wir lang und jetzt können wir auch einen Zwischenschritt machen. Das geht auch. Ja, dann gehe ich da. Ich wurde angekackt. Ja. Moment. Ja. Moment. Ah, diese Bewegung. Der rote Stein müsste das Ziel sein. Nein, wir können auch einen Zwischenschritt machen. Wir müssen einen Zwischenschritt machen. Nein, dann nimm den gelben. Es ist nicht so einfach. Irgendwas wackelt hier so rum. Ja, okay. Ganz den gelben. Okay, ich habe jetzt das los. Obenrum. Obenrum. Ja, ist egal jetzt. Wir machen Zwischenschritt. Es ist halt nicht scheißegal, wie du siehst. Doch, okay. Es war aber, es ist schon sehr knapp. Nein. Ach, doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Alter. Egal wie immer das Ei. Das Wichtigste ist das Ei. Ich werfe dir es zu. Er kann doch, der Grüne kann es doch nehmen. Ich werfe es dir jetzt zu, Budi. Nur ganz leicht schwingen. Am meisten, was Spaß macht mir, wenn jemand stirbt. Nein, nein. Aber gibt es das nicht auch mit Versus? In irgendeiner Form? Was war das denn? Vielleicht jetzt mit dem vollen Spiel schon. Also, wäre es ja echt lustig. Ich will das unbedingt ein Würfelspiel. Es wäre mega lustig. Dann hätte ich euch auch nicht mehr im Team. Dann wäre ich voll gut. Ich gehe ganz rüber und versuche, den Hebel zu ziehen. Wie beiläufig. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ach, Grüni. Sag mal, das mit dem Auffang, das könnt ihr aber auch nicht. Nicht so. Budi. Ja, ich lasse los. Jawohl. So, Vorsicht. Achtung. Wenn ich jetzt loslasse, dann schwingen wir in die Stachel rein. Nein, nein, nein. Wir müssen nach oben drücken. Okay. Können wir alle? Es geht nicht, ne? Oh, doch, doch, doch. Klappt das. Rot. Eine Schlange. Rot. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lasse los. Nein, nein, nein. So. Okay. Und oben rum jetzt. Jetzt oben rum. Ja. Ja. Das ist es. Easy. Jetzt nur noch loslassen. Jawohl. Wir sind so gut. Das ist unglaublich. Ey, richtig gut. Ja. Tun euch nicht die Zeigefinger weh vom... Okay. Meint ihr, dass es richtig viele Leute gibt, die jetzt so auf YouTube oder Twitch sehen, wie gut wir sind und denken sich, wer sind diese E-Sportler? Und direkt den E-Sportler... Und direkt einfach, dass sie alle dranbleiben und denken, Alter, dieses Gaming, diese Skill. Ja, jetzt... Spinnst du es jetzt? Warum? Es ist immer nur eine Kette bilden. Was ist denn mit Geld da? Warum hängst du so komisch? Ja, genau. Das ist doch gut. Wenn wir jetzt, ähm, bring dich mal hoch. Warte, warte, Simon. Warte, bitte. Ich mach eigentlich nur gerade... Einer muss frei. Ich hab meine Linken. Ich greife Nils. Ich greife Nils. Warte, warte. Ich hab, glaube ich, hab ich das Ei. Jetzt hab ich dich. Du brauchst das Ei nicht. Okay. Okay, sehr gut. Ich hab Ei und Nils. Lass los. Hey. Eddie. Jawohl. Okay. Alter, der Klinger. Okay, das war jetzt wirklich meine Schuld, aber ich schwör aber gar nicht, ich hab den falschen Button gedrückt. Das tut mir echt leid, Mann. Ja, das glaub ich sofort. Auch uns, schwor. Ich hab's nicht gesehen. Alter, ihr seid so kacke, ey. Ihr seid so kacke, ich hole jetzt das Ei. Hier ist das Ei. Bitte nehmen Sie irgendeiner von euch. Einer. Ich will das Ei. Ich will das Ei. Okay, wir machen das Ei. Ey, ich lass jetzt los. Ich verrockne die Karte. Jetzt halt ab. Der Ei mit dem Ei. So sieht ein Neating aus. Ein Beansbeating. Das ist wirklich, das erinnert mich sehr stark an. Okay. So, jetzt Schwung, Schwung. Das wird doch nix so. Warte, warte. So. Nein! Nee, lass doch nicht los! Ich soll mich doch lang machen! So, hier, wer ist denn Grüni? Grüni, rechte Hand loslassen, genau. So, jetzt runterklettern, Eddy. Au! Au! Ja. Ey, warum? Budi, kannst du nicht einfach mal warten? Musst du mal... Okay, ich warte. Geh vor. Geh vor. Da kommt noch um, Vorsicht, das ist so ein Sperma! Oh, der wollte uns alle angekackt. So, ich bin jetzt unten. So, jetzt komm ich. Er hat uns alle angekackt. Ausnahmslos. So, jetzt Schwung, Schwung. Und Schwung, Schwung. Jetzt müssen wir nur noch einmal richtig schwingen. Wer muss loslassen? Ja, ja, wir werden das gleich, wenn ein bisschen Schwung ist. Warte, jetzt aber nicht ganz durchschwingen. Jetzt. Und jetzt lass ich los. Alter, wer war das? Ich weiß es nicht. Das Gute ist, ich hätte es nicht gesagt, weil wir alle dieselbe Farbe haben. Es war ein Reflex. Au, das war ich. Aber es war falsch. Es war nicht richtig. So, ich habe das Ei. Ich hole das Ei. Hier ist das Ei. Rot. Sehr gut. Lass los. So. Wunderbar. Wunderbar. Schwingen und loslassen jetzt. Gut. Ist gut. Was für eine Zielgenauigkeit. Wir sind winkeltechnisch. Aber auch noch Werken des Flugs. Gut. Wir sind auf kurz. Gut. Ich bin optimistisch. I'm on Burgundy. I'm good. I'm good. Hier ist das Ei. Roti das Ei nehmen. Roti das Ei. Ja. Rot hat Boden. Jetzt hat Rot Ei. Und jetzt muss Blaui loslassen. Ich lasse den Blaui los. Und jetzt Schwung, Schwung. Und jetzt Schwung. Und warte, nächste Runde wird geschwingt. Nicht alle schwingen. Es reicht, wenn nur Gelb schwingt. So, noch nicht. Nächste Runde wird geschwungen, wenn's klappt. Nee. Jetzt haben wir wieder Fahrt. Ja, eben. Warte. Und. Hey. Okay, wir müssen alle mitschwingen. Okay? Ich schwinge auch. Nee. Jetzt. Nein. Alter, Nils. Warte. Ist euch scheißegal. Ob wir es jetzt einen später oder früher machen. Jetzt schaffen wir es wenigstens. Das blieb einfach nicht. Wer ist denn da? Wer ist der Grüne? Warum tötest du alle? Um mich zu retten. Aber ich hab ja erst gar nicht. Ey, warte mal ganz kurz, Leute. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Sollst du mich? Sollst du es rücken jetzt? Och. Ich muss die Musik... Hör doch mal auf. Nils. Das ist doch nicht zu fassend. Alter, lass es doch einfach mal. Nils. Ich hab's auf Kamera, dass ich das nicht war. Es ist... Der Beweis ist... Moment, Leute. Guck mal. Ich könnte doch jetzt von hier den Hebel da ziehen. Der Hebel bringt gar nichts. Der Hebel bringt nix. Gar nix. Bringt der Hebel nix. So, ey. Aber da. Natürlich bringt der Hebel was. Guck doch mal. Aha, der Hebel bringt nix. Der Hebel bringt nix. So, wissen wir. Ich schnauz voll. Ich werf das Ei jetzt einfach... Ich werf das Ei jetzt einfach mal rüber jetzt. Wir schwingen uns zu zweit. Ja, los, mach es. Ja, lass, lass. Guck mal jetzt. Bist du bereit? Halt unten fest. Ich halt. Okay, das los. Wir machen das jetzt nicht mehr als Pro-Style, Eddie. Der Rettungsring kommt, wenn du das machst. I. Sport, los. I. Sport. I. Wir dürfen nicht andotzen. Was macht ihr? Ihr könnt doch jetzt mal rübergleiten. Gleit, gleit. Simon, fangen Sie. Ja, Alter. Wirklich jetzt. Das ist ein E-Sport. Saving the day. What a difference. A day makes a day. Nein, nicht nach rechts. Warum denn? Ich lass ihn los. Was lässt du los? Ja, den Ring. Jawohl. Easy. Was ist mit wo? Oh, nein. Nein, du dummer Roter. Was denn? Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Was denn? Ich hab schon aufgehört zu spielen. Okay. Ich geh nochmal und hol nochmal. Hol nochmal so ein... Nee, 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 nee. Eddie schafft das jetzt alleine. Er schwingt sich da. Ja, er kann es ja gerne versuchen. So, wir machen nochmal hier eine Kette auf, oder was? Lass doch mal los, da Blau. Sauber, Eddie. Lass dich los. Wir haben dich. Ist er nicht weg oder was? Eddie ist oberhalb des Bildschirms. Zieh nochmal. Zieh nochmal, Blaui. Blaui, zieh nochmal. Ja, hör auf zu schwingen. Ich schwinge doch gar nicht. So. Da kommt noch ein Ring. Was ist los? Das reicht alleine. Ey, Simon, dein Arm ist sowas von unnötig. Warte mal ab. Hammer. Siehst du, jetzt zieh ich euch nämlich alle hoch. Ah, zack, 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 zack. Eddie, halt. Ja, genau. Ich lass den los jetzt. So. Jetzt alle rein. Ja. Allerbesten, ey. Geil, Mann. Allerbesten. Das waren fünf harte Millionen. Die Leute wollen die Musik zurück. Ja, ich will die auch zurück. Die machen doch immer geile Musik rein. Die Musik ist furchtbar. Nein, die ist super angenehm. Die haben wir das letzte Mal auch ausgemacht. Da haben alle gesagt, es ist gut, dass wir sie ausgemacht haben. Nein, das stimmt. Jetzt ist sie halblaut. Halblaut, Baby, Baby, halblaut. Da, die Musik ist gut. Lass mal das Ei los. So, ich schmeiß das Ei jetzt rein. Wieso schmeißt du? Nimmst du einfach hier Zappel. Na gut, ja, okay. So, ich bin er. Willst du noch mit? Okay. Sag mal, ich sag mal. Oben das Seil. Äh, Nils. Oh, da. Was ist mit meinem Arm los? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja. Ja, das ist nicht schlimm. Okay, lass los, was los, jetzt. Schöner Move. Guter Wechsel. Hammer gut. Simon, auch gleich wieder. Mach dich bereit. Okay. Und los. Alter, was ist denn das? Was genau? Das glitscht irgendwie. Wir sind zu gut. Das Spiel kommt nicht mit unserer Qualität klar. Halt doch oben fest. Halt doch der obere. Ja, ich kam nicht hin. Ich habe es versucht. Ich kam nicht hin. Süßes Spiel. Halt dich an meinem Ei fest. An meinem Ei. Lass los. Ich habe leider nicht das Ei. Wenn ihr jetzt gelb loslassen würdet. Ne, blau soll loslassen. Blau lassen wir los. Komplett los. Alles, ja. Und jetzt eine Hand an mein Ei. Hab ich. Super. Jetzt lass ich los. Und dann gehen wir nach oben. Nicht schwingen. Einfach nach oben. Ey, blau. Einfach nach oben. Links nach oben. Links, nicht. Andere Richtung. Da oben. Damit der Arm länger ist, müssen wir oben lang. So. Und greifen. Ja. Oh, endlich. Okay. Warum? Warum? Der Schwingmeister war sehr schlecht. Den will ich nicht. Soll ich irgendwas. Ich bin grün. Soll ich irgendwas halten? So. Die Schnauze. So, jetzt komm mal an mein Ei ran, Blau. Ja, jetzt versuch ich doch. Ja, jetzt hab ich's doch. Heute rot. Ja, sehr gut. So, jetzt hier. Ich komme raus. Hier, da. Grüny. Grüny. Sehr gut. Ich lass los. Okay, direkt hier hoch. Nee. Ja, kommen wir uns. Wir schaffen. Bulli, warum machst du deinen Fuß vor mein Bild? Okay. Okay. Ja. Jetzt. Nils! Mann, ich versuch mein Best. Bitte nicht in der Druck sitzen. Nils! Drück, du siehst mal meine Handschuhe. Ja, der muss. Ich pack doch. Nils, du musst doch mal loslassen, Mann! Ich raste aus. Warum soll ich das? Einmal loslassen, ob du dann vergreifen! Vollidion. Alter, mach mal deinen Faust auf jetzt! Ja! Mann! Alter. Rot muss. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich will dich loslassen. Rast aus, ey. Ruhig, 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 ruhig. Nichts! Okay. Nils, loslassen, 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 ja. Hammer! Ja! Oh Mann, war das gut. Aus, ballen! Oh Gott, ey. So. Ey, wir sind durch! Unter 20 Minuten. Lächterliche 20 Minuten, nicht mal. Oh, das ist neu. Ja. Das hat mir selbst. So, seht ihr wohl? Das sieht richtig gut aus. Volle Qualität, Jungs. Hier müssen wir uns rüber schwingen. Das sieht richtig viel Spaß aus. Hier müsst ihr, nee, hier unten rüber schwingen. Warum hältst du mich? Was mit der Münze? Aber, boah, ja, die Münze brauchen wir, ne? Nee, wir brauchen sie nicht, weil wir haben ja auch so ein neues Level freigeschaffen. Vielleicht aber auch, weil wir genug Münzen hatten. Oh, oh. Ich war doch schon fast weg, du Sch... Alter, aua, ey. Warum, warum? Ich warte sogar in der Schlange, bis ich dran bin. Und trotzdem kommt einer von euch nicht hin. Ich warte schon extra. Nicht hin. Alter. Wie schnell der weg war. Lass mich los! Kann mal einer von euch loslassen? Ihr dürft nicht in die Wechselschocker rein, übrigens, ne? Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Und nicht auf die Stacheln. Das Ziel ist es, da in dieses Körbchen zu kommen. Ich bin da schon. Ach ja. Ja? Lass los, bei dir. Lass los! Eddie. Jawoll. Ich will da gar nicht hin, ich wollte die Münze holen. Na gut, dann nicht. Accidentally record. Ich hole jetzt diese, die Goldmünze holte ich jetzt. Boah, ich war zu schnell. Der muss noch echt. Alter. Okay, alleine schaffen wir es wirklich nicht, die Münze zu holen. Scheiß auf die Münze. Scheiß auf die Münze. Eigentlich ist es schon lustiger, wenn man versucht, die Münze zu holen. Dann ist es auch eine Herausforderung. Und Teamplay. Nö. Ja, wollen wir die Münzen holen? Ja, irgendwie ist das schon lustiger. Ich finde es auch lustiger mit Münzen. Gerade bei so Level, die jetzt wirklich leicht sind. Oh, super, Megaspiel. Krass. Nee. Okay. Hier, kommt jemand nachher ran an mich? Ball durch. Ich hab. Das ist aber nicht so. Das ist einfach nur einer muss in der... So, pass auf. Stopp, 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 stopp. Lass doch mal locker, Jungs. Guck mal, der Rote hat jetzt eine Hand frei, oder? Ich hab dich am Kopf. Ich hab's hier. Los jetzt, auf, los. Weil ich so lange gewartet hab. Deswegen bin ich gestorben. Ey, fickt euch. Ich geh jetzt hier. So, hol schnell die Münze. Und dann erst mal zurück, zurück, zurück. Na gut. Okay. Mach irgendwas, Alter. Nicht das jetzt. Okay. Ah, ich wusste, dass was passiert. Warte, Jungs, ich komm. Hast du's? Ich hab die Münze. Nee, ich hab die Münze. Sehr gut. Ich lass los. Was? Warte, 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 stopp. Hier warten. Hier warten, bis der nächste Zyklus... Warte, oh. Ja, noch nicht, noch nicht. Bleib cool, bleib cool. Warte, bis es weg ist. Und dann los. Und los. Los, los, los. Los, los, du musst los. Nee, ja, okay. Jetzt weiter. Nein! Eddie. Shit, shit. Ich komm, ich komm, ich komm, Jungs. Bleib da, Budi, bleib da. Bleib mit der Münze da. Warte auf uns. Ah, ha, ha, warum? Warum bist du auch noch hinterher? Okay. Lass los, beil dich. Hoch, 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 beil dich. Na, es ist zu spät, zu spät. Ich muss loslassen. Ja, okay, lass los. Hältst du dich an der Münze fest vielleicht? Nee, ja, warte, ich probier's. Ich hab die Münze. Ich lass dich jetzt los. Ja, und jetzt los. Okay. Hoch, 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 hoch. Nicht zu weit. Ja. Hast du, hast du, hast du? Ich lass los. Nein, Entschuldigung, ich hab das Falsche losgelassen. Weil ich. Ja. Oh, sorry. Witz! Alter. Du hast mich losgelassen. Ich komm zu dir zurück. Wie, du kommst zu mir zurück? Wir haben die Münze verloren. Ja, aber ich lebe und das ist die Hauptsache. Ich komm zu dir wieder hoch. Ich lass dich nicht im Stich. Kannst du mir schnell? Okay, danke. Wollen wir erst mal hier warten und vielleicht die Münze gleich noch? Hier, wir können dich abholen. Ja, ich kann die Münze ja nicht. Wir können sie mir hier rübergeben. Wir können sie ja rein nicht holen. Ja, shit. Nee, komm. Lass mich los. Ich töte mich. Ja, ja. So. Du musst warten, bis der nächste Zyklus beginnt. Nee, das reicht nicht. Nicht mich schubsen, bitte. Okay. Hast du die Münze? Alter, nicht schlecht. Ja, super. Jetzt, ich lass los. Oh, Mann, ey. Ihr wolltet es unbedingt mit Münzen machen. Ja, das macht aber nicht Spaß. Das macht viel mehr Spaß. Hier, Nils. Hast du mich? Ja. Okay. Jetzt. Ja. Ja. Klapp. Fässer. Ey. Ah. Komm mal, pass auf. Können wir einmal ganz kurz ruhig sein? Ich. Warte mal ganz kurz, bitte. Einer geht in die Mitte. Pass auf, ganz ruhig. Wir fassen Simon. Nee, du machst mal nix. Ich fass dich an den Kopf an und Budi fass dich am Kopf an. Lass los, bitte, Simon. Digga, ich weiß doch, wie das ist. Hilf mir doch einfach, die Münze. Ja, aber du brauchst eine freie Hand. Das bringt doch so nichts. Du hattest auch eine freie Hand eben. Ich kam nur nicht ganz ran. Jetzt ist doch okay. Ja, aber das ist doch Quatsch. Hier sterben wir doch. So, jetzt aber. Ich geb dir die Hand. Ich fass dich am Kopf. Nimm mal die Hände weg. Drei, zwei, eins. Lass mich doch mal weg, Tobi! So, Gelb. Du blockierst alles. Alter, Gelb. Ihr seid so doof. Gelb blockiert halt einfach alles. Traff's doch mal, bitte. Okay, pass auf. Nils, wir können doch ohne deine Hilfe. Pass mir doch mal am Kopf an. Mich am Kopf an. Alter, der Nils macht mich wahnsinnig, ne? So, ich übernehme jetzt. Nein, du bist so doof dafür. Nein, du Spacko, ich hab jeden mal aufgeholt. Du bist so ein Depp, ey. Die Münze hatte dir gerade nur wegen mir. Oder Nils? Hätt dir die ganze Zeit. Das ist unter mir. Ich warte, dass ihr kommt. Keiner will mit dir nils. Damit wir Freunde sind. Mach ich. Ja. Ich rass aus. Ey. Leute, das ist unfassbar. Es macht mich wahnsinnig. Jetzt den Zyklus abwarten jetzt. Wartet. So, jetzt hab ich dich. Da, wo ich dich haben wollte. So, okay. Können die bitte aufhören, mich da reinzuschieben? Sag mal, seid ihr komplett... Du, jetzt hast... Pass auf, Bulli, du bist blau, oder? Ja. Du hast jetzt eine freie Hand. Das ist gut. So, jetzt müssen wir nicht... Wer ist denn blau? Komm doch mal mit. Ja, warte, Zyklus abwarten. Okay. So. Wenn Gelb jetzt uns einfach... Gelb muss loslassen. Ja, wenn ich jetzt weg ist... Jetzt. Es reicht nicht. Doch, es reicht nicht. 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 Grün, halt du dich doch fest mit dem blauen Handschuh einfach. Jetzt, jetzt. Sag mal. Jetzt. Du hast doch gar nichts tun, dass es nicht reicht. Jetzt, 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 nicht die Münze. Jetzt, halt fest. Ich lass los. Und ich nehm die Münze. Ja, nehm, nehm, nehm. Nehm die Münze. Nehm die Münze. Jetzt doch. Nehm die Münze. Lass mich in Ruhe. Nehm sie doch. Ich hab sie. Da ist sie. Ich hab die Münze. Okay, das ist gut. Ich hab die Münze. Nein, ich will sie haben. Ich hab sie auch. Und los. Halt sie fest. Simon, eine, du kannst eine. Los, los, los. Geh weiter, geh weiter! Du musst immer nicht vertreiben! Sag mal, seid ihr bescheuert? Erst soll ich weggehen, dann soll ich die Münze haben. Was wollt ihr denn von mir, ihr Spatten? Krass aus. Ich sterb jetzt voller Liebe. Ich hab dich am Arm, das ist perfekt. Jetzt kannst du die Münze an den roten Arm nehmen. Der rote Arm ist nämlich frei. So, ich halte fest, Nils loslassen links. Ihr schafft's, nehmt die Münze. Und werf die Münze, lassen Münze. Nimm die Münze, werf sie mir zu. Und drei, zwei, eins. Und jetzt? Los jetzt, los hoch, Nils! Lass los, Nils! Los mal los, Nils! Falter aus, Nils! Du machst das echt krass aus. Das ist krass aus, Nils. Das glaub ich nicht, dass du das ausversehen machst. Ey, sag mal, ey. So, jetzt kommt der Mann jetzt zu. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Nils, mach ich los! Ja, was denn? Ich will doch mal mitkommen. Ey, ich hasse euch so sehr. Nils, bitte lass doch mal kurz jetzt diese... Was denn? Ich mach doch nicht. ...demonstrative zur Schaustellung von Gemeinheit. Guck mal, ich bin das nicht mal. So, jetzt, seid ihr da? Ja! Okay, jetzt geht's los. Ihr habt mich vergessen! Warum? Ich will doch nur euer Freund sein. Okay, ich bin irgendwo drin. Ja! Nein! Okay, jetzt. Ede, du geh jetzt mal weg da! Ich mach nicht! Du musst jetzt helfen! Lass los! Und jetzt Grüni! Wir machen Grüni! Wir machen jetzt, warten jetzt! Stopp! Ich greife grün jetzt! Ich greife grün! Ich mach ja schon gar nicht! Ich mach nichts! Warte, warte, warte! Ich lass jetzt los! Nee, nee! Du lässt nicht los! Okay, jetzt! Timon, Kraut dich nach links zur Münze! Links loslassen! Ich hab nichts! Ihr haltet mich beide fest! Ich kann gar nicht! Das Lama ist ja eine coole Sau! Okay, bitte Leute! Ich kann nicht mehr! Darf ich einmal kurz... Ich mach gar nichts mehr! Okay, jetzt! Ja, ja, ja! Jetzt! Grabsch! Es will nicht! Ja, jetzt! Los, los, los! Nils greifen! Oh, was denn jetzt? Ihr müsst... Ah! Das Lama hat abgefurzt! Ah, ja! Ich hasse das Lama so sehr! Weil ihr's beleidigt habt! So, Nils, ich greif dich jetzt! Zurück, zurück, zurück! Zurück! Ich hab's doch! Zurück! Der Blitz kommt! Der Blitz kommt! Der Blitz kommt! Das ist nein! So, jetzt hab ich Nils! So, jetzt geh ich ein bisschen weiter! So, jetzt hab ich dich Nils! Jetzt greifst du bitte! Jawohl! Sehr gut! Wir brauchen aber noch einen! Nochmal fallen lassen! Achtung, es kommt! Ihr habt einen Vorsprung! Nils, du musst loslassen! Nils, du musst... Nein! Die falsche Hand! Die Wahrsein, ey! Wir müssen das zu dritt machen! Oder? Hier, Simon, ich hab's! Dankeschön! Jetzt, 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 jetzt! Okay! So, und jetzt... Nils, zu Münze! Nils, zu Münze! Hoch! Nils, runter! Nils, runter! Ich hab... Lass los! Komm zu mir! Halt dich an meiner Münze fest! Halt dich an meiner Münze fest! Moment, ich komme! Oh, zu spät! Nils, du musst sonst einfach rüberwerfen! Nee, es würde halt echt helfen, wenn mir einer mehr werden, ne? Nee! Weiß ich nicht, ey! Glaub ich auch nicht! Ja! Halt dich an meiner Münze fest! Ich kann gerne dazukommen! Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich hier einen auffangen kann! Okay, zugenehm! Viel schlechter kann's halt auch nicht werden! Na, jetzt hoch! Ja, ich hab dich! Komm hoch, 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 hoch! Äh! Ich will nicht, ich will nicht zerbrutzeln! Ah, gut! Ich hab dich! Pass auf! Deine Hand ist frei! So, wir holen die gleich ab, ne? Okay, jetzt! Hoch, hoch, hoch! Lass los, lass du los! Ja! Jetzt, du musst mit der anderen Hand... Ah, nein! Nein! Ihr seid doch wirklich... Ihr seid ja wirklich wahnsinnig! Ich bin offensichtlich der Einzige, der hier nie einen Fehler gemacht hat! Komm, jetzt ist Wurmhof! Pass auf! Ich halte dich jetzt fest! Halt mich fest! All deiner Liebe! Oh! Ich habe dich, okay? Warum denkst du denn jetzt bei mir? Naja, weil, um die dann mitzunehmen quasi! Ja, warte, jetzt warten wir ab! Ne, ne, hoch, hoch! Ja, ja, hoch! So! Du greifst dich jetzt fest unten und ich greif mir die Münze! Bereit? Ja? Ja! Wirst du gleich merken! Warte, warte, jetzt! Jetzt, jetzt! Ja, und hoch! Greif! Ja! Okay! Mit deiner rechten Hand greifen, genau! Leute, ganz vorsichtig! Nein! Warum denn? Weil ich an seinen Arm gekommen bin! Und den Arm gruf! Aber guck doch hier! Grifte! Ne, jetzt müssen wir jetzt... Kann ich jetzt was sagen? Ja, immer! Aber vorsichtig, Simon ist wieder da! Jetzt wird's gefährlich! Ne! Den kann man sich auch festhalten? Ey, das wussten wir einfach nicht! Waren die schon die ganze Zeit da? Die sind zur Hilfe da, oder? Die eben erschienen! Simon, nimm mich! Ich hab... Ich lass... Ja! Ja! Warum?! Ich hab uns! Ich hab uns! Lass nicht dagegen, die Elektrogeräte! Das ist ja wirklich zur Hilfe da! Jetzt ist wirklich wichtig, dass du dich nicht falsch fallen lässt! Wir sind ein bisschen verknotet! Du musst einmal links über mich rüber! Ich kann mich doch nicht! Das gibt es doch nicht! Der Elektro hat die Münze kaputt gemacht! Willst du oder soll ich? Ja, du doch! Warte, hast du? Dann lass... Ich lass los! Okay, du hast... Ich bin aber verknotet hier irgendwie! Warte! Irgendwie bin ich verknotet! Nach rechts, glaub ich! So? Ne! Lass doch mal den Budi da... Lass einfach fallen! Und dann drück ich noch mal in den Rutschen! Jetzt haben wir's! So ist perfekt! Nein, Budi, lass die Münze los! So ist perfekt! Budi, ja! Budi, einfach eher loslassen und nach unten rutschen! Ja! Gerade hatten wir's! Budi muss die Münze einfach... Die schwingen ja alle so rum! Budi, die Münze! Budi, die Münze! Und dann... Jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Und jetzt nur noch Budi und Simon! Ich mach nix mehr! So, wir warten kurz den Strom ab! Simon, locker lassen! Ja, ja! Die schwingen nicht rüber, wenn der Strom weg ist, okay? Der nächste jetzt! Drei, und... Müssen wir überhaupt nicht schwingen! Wieso los? Wieso jetzt? Ich dachte, sobald das Ding an uns vorbei ist hier! Ja! So, jetzt geht's los! Okay, jetzt! Geil! Ja, jetzt! Ja! Lass nur die Münze nicht los! Lass los! Ich lass los! Und hoch! Hoch, hoch, hoch! Vorsicht, rechts ist auch Strom! Oh, Simon! Rechts an die Wand halten! Rechts an der Wand halten! Und ich lass unten los! Vorsicht, da kommt gleich nicht zu dicht ran! Nicht zu dicht ran! Irgendwer hält sich da unten noch... Grünen rechts an der Wand halten! Mit rechts! Jemand hält sich unten, links hält sich jemand fest! Ja! Grünen mit rechts! Ja, aber unten... Ja, aber du kannst trotzdem rechts loslassen! Nee, weil ich... Okay! So, und jetzt hält sich da unten! Wer hält sich denn da unten noch fest, bitte? Ist das rot? Eddy, bist du das? Ja, okay! Vorsichtig, Strom! Strom kommt! So, jetzt nach oben! Wir nehmen die Stange, wir nehmen die Stange! Der andere Strom! Der andere Strom! Yeah! Jetzt ist der Moment! Jetzt rüber, 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 rüber! Nicht zu weit, nicht zu weit! Ja, jetzt! Mach, 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 mach! Rot, tu es! Los! Rot! Nein! Okay! Halt dich fest, grün! Und... Okay, jetzt müsst ihr! Okay, blau loslassen! Super! Komm runter! Ja, ja, ja! Schnell! Schnell! Ich hab euch... Los! Oh Gott! Alter, wir haben es jetzt gleich! Auch du schaffst es noch! Eddie! Warte, warte, warte mit dem Blitz! Yes! Los! Los! Alter, Schede, das war... Alter! Was für ein... Neuer Rekord! Neuer Rekord! Fast unter 13! Hardcore! Aber wir haben es auch nur wegen den scheiß Stangen geschafft! Nee, wir waren aber auch gut! Wo ist die Münze? Unter uns? Gibt's Gott sei Dank keine! Oh shit, es gibt doch eine! Also die, die grad so super die Münze geholt haben, finde ich, sollten das jetzt auch wieder machen, weil das einfach total gut geklappt hat! So, die Münze ist in der Mitte! Das ist eigentlich ganz gut! Ich lass sie jetzt hier los! Nein, wer hat mich denn gegrapscht? Dieser Blick gerade... Aber ich war das, Simon, das war immer anders! Nee, es ist mehr universelle Enttäuschung! Wir können jetzt auch schwingen schwungen! Wollen wir uns schwingen schwungen? Ja, ja, bis die weg sind halt natürlich! So zwei! Ja! Aber wir schaffen das nicht! Doch, wir sind mega geil! Wo wir schwingen... Gleich, wenn der da... Wenn der weg ist... Den und dann schwingen schwungen! Soll ich erstmal lila loslassen? Und schwungen! Und loslassen! Schwingen schwungen! Ah! Nee! Ja, aber das war die richtige Entscheidung! Ja! 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 Okay! 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 Gut! Gelb! Kann loslassen! Ich lass auch los! Nee! Nur gelb! Ja genau! Und der furzt wieder, Leute! Oh nein! Der will uns tot furzen! Das sieht ganz gut aus eigentlich! Super was Rot da macht! Sieht sehr gut aus! Okay! Jetzt kommt es aufs Grüne an! Ja, aber wann soll ich denn loslassen? Erst mal, wenn die... Was wäre denn der richtige Moment? Beim Hochschwung? Beim Hochschwung, ja. Ungefähr so hier bei... Ja. Okay, jetzt gleich, oder? Ja, wenn der weg ist, ja. Und jetzt der Hochschwung. Nein, noch nicht, jetzt noch nicht! Also jetzt... Nächster Hochschwung. Jetzt der Hochschwung. Und jetzt! Rotrott, rette uns! Und jetzt... Nein, warum? Eddy! Na gut, kann passieren, ne? Ja, ich wollte einen besseren Winkel kriegen, dann nicht. Ja, es ist teilweise einfach auch nahezu unmöglich hier. Hey, vielleicht ist es einfach besser, wenn wir hier hochgehen, Leute. Okay, ich hab sie. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich nehm die Münze mal mit. Hier ist sie. Hast du sie? Ja. Ich lass sie los. Hä? Simon, du musst sie festhalten. Simon, du musst sie festhalten mit rechts. Ja gut. Guck mal, wenn wir jetzt alle einzeln das durchgehen. Nils, Nils an der Münze. Ja, so jetzt hoch. Vorsicht, 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 vorsicht. Na dann, an den blauen. An den Ball. Ja, nicht jetzt! Ja, wir haben noch die Münze. So, Eddy, du lässt gleich los. Einmal Simon holen und dann... Okay, lass mal schon mal los jetzt, ja. Und... Ey! Wer war das denn? Ich hab nicht losgelassen. Ich hab wirklich nicht losgelassen. Doch. Nein! Ja. Wenn ich's doch sage, ich hab nicht losgelassen. Naja, aber gesehen hab ich was anderes. Ja, alle haben gleichzeitig losgelassen. Ich hab mir sicher nicht losgelassen, ey. Lass doch... Warum? Ah! Warum? Ich hab sie! Wir haben sie alle. Okay, Lila. Lila rüber, ja. Perfekt. Warten, warten, warten. Bleibst du, bleibst du. Bleib da unten, bleib da unten. Lass es einmal durchgehen und dann halten wir uns oben an dem Runden fest. Ja, aber wenn wir jetzt alle noch hoch... Du kannst dich doch da festhalten. Ja, ja, das ist doch perfekt. Wir wollen ja nicht mehr Schwung, es ist alles perfekt. Aber... So, jetzt ran. Jetzt lass ich los. So, nicht schwingen, nicht schwingen. Warte, warte, ruhig. Einfach nur hängen. Abhängen. Der Rote hat alles in der Hand jetzt. Jetzt, jetzt, ja. Sehr gut. Loslassen. Ja! Supergut! An den blauen ran. An den blauen ran. An den blauen Knubsi. Okay, ganz schnell. Jetzt, halt fest. Rot, lass los. Supergut, Achtung. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Ja! Nein! Ach, shit. Die Münze! Oh! Warte, ich werf sie euch zu. Bleibt da! Oh nein, ihr seid alle tot. Bleibt da! Bleibt da! Bleibt da? Als ob das jemals geklappt hat. So, Grüni jetzt an die Münze. Grüni an die Münze. Ja, von hier ist natürlich schwer, ne? Wer ist gelb? Nils, du musst hoch! Nils! Basta, ich drück nach oben. Meine Güte! Leute, schreit euch nicht an! Das bringt doch nichts. Eddy, kannst du bitte die Münze holen? Ich hab sie aus Versehen. Ich hab sie fallen gelassen. Grüni. Ja, okay. Ich nehm sie jetzt. Ja, sehr gut. So. Ich greif. Ich greif in die Münze. Soll Simon ... Perfekt! Perfekt! Jaaaa! Vorsicht, 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 vorsicht. Hängen, hängen. Und ... Nein, warte, 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 warte! Eeeeee! Ah! Alter! Ihr habt geschwungen, ich hab nichts gemacht! Mach jetzt! Warte! Ah! Ah! Eier! Nicht, Alter! Das gibt's doch nicht mehr! Guck mal noch mal! Einfach nach unten hängen lassen! Eddy, mach jetzt! Jetzt! Okay. Los, Grüni, los! Ja, so ist gut. Okay, sehr gut, sehr gut! Loslassen, Groti! Groti, lass los! Und jetzt Schwing, Schwung! Ja, ja! Vergreif doch! Schwing, Schwung! Warte, 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 warte! Nichts machen! Ja, 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 ja. Okay, Groti gleich ... Eddy muss, ja. Okay, jetzt Schwing. Und Schwing, Schwung! Schwungi! Und greif! Wir haben die Münzen noch, wir haben die Münzen noch! Ruhig, ruhig, warte, warte, warte! Simon, sollen wir die Münze einfach schon mal schwingen? Ja, ihr macht das jetzt selbst! Nee, nicht schwingen! Nicht schwingen! Ihr macht das jetzt ohne uns! Okay, wollen wir schwingen? Nee, jetzt, jetzt ... Ja, so? Ja, warte, warte, warte! Jetzt los, 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 hoch! 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 Und festhalten, oben festhalten, genau! Und jetzt ... Nein! Simon, du musst dich alleine reinbringen! Ich komm, Simon! Ich kann nicht mehr, ey! Wir waren doch schon ... Ich komm nicht mehr! So, wer ist Gaby? Gaby, wir machen jetzt die Pro-Action! Du bleibst da, ich werfe dir jetzt die Münze zu! Ja, ich wurde ... Super Pro-Action! Sieben ... Ich hab's jetzt schon ... Ich hab's jetzt schon in einer Variante gesehen! Nein, du musst nur zwei werfen, das glaubst mir! Okay, so! So, jetzt ist gut, jetzt ist gut! Ich lass los, warte! So! Ich bin hier, ich catche! Hey, wie oft wir das schon hatten! Jetzt schwingt Schwung und Wurf! Okay! Roti, schaff's! Du hast Basketball gespielt mal! Was machst du denn da? Ah, fast! Ah! Das ist grausam, ey! Das geht alles gar nicht mehr! Ihr nervt mich, lass los, ganz ehrlich! Ich hab keinen Bock! Ah! Ich hatte ihn doch fast! Das macht doch mal ... Ich muss eigentlich schnell durchspielen, bevor ihr dazukommt! Ihr holt ihn mit! Jetzt lass doch! Ich hab ihn doch! Wenn du einfach nur hängen bleiben würdest! So, okay! Ey, könnt ihr ... Ich hab nen Idee! Mach das doch abwechselnd! Der Blaue fängt jetzt an! Nila darf einmal werfen! Abwechselnd! Lass los, ey! Lila! Ja, los! Ne, ich wollte dich quasi hier so ... Oder willst du sie ... Schmeiß doch! Schwingst du Nils! Beim nächsten! Okay! Soll ich schmeißen oder? Ich dachte, du schmeißt die Münze! Was? Hast du, hast du! Ah! Machen wir nochmal! Machen wir nochmal! Häng dich an meinen Armen unten dran! Machen wir nochmal! Seid ihr bereit, Jungs? Ja! Und Münze kommt! Ah ne, das war ein Scheißwurf! Okay, aber gleich! Gleich wird's besser! Okay! Okay, pass auf! Gleich, dass du jetzt kommst! Mega geil! Ja, ja! Ne, ja! Kleine Millimeter! Wir haben das gleich, wir haben das gleich! Du kannst sie noch ein bisschen länger machen auch bei mir! Oh, wie? Ich halt dich fest! Du hältst mich zu weit! Ja, ja! Aber ich will dich jetzt auch nicht loslassen! Da fällst du wahrscheinlich runter! Ich halte mich ... Das ist ... Das ist er? Oh, das könnte ... Oh, sie kommt! Ah, ja! Leider! Schwing, Schwung! Ja! Ja! Ihr habt ihr dein Best! Und du hast sie perfekt! Eddy, wir machen's alleine jetzt! Ganz ruhig! Warte, 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 warte! Eddy, warte! Ja, Nils! So, jetzt! Zusammen! Hast du? Was los damit? Nee, nee, dann geh du hoch und mach ... Halt dich meine Roten fest! Nee, jetzt gerade ... Du musst, du musst, du musst ... Genau, an meiner Roten festhalten sozusagen! Ja! Was ist los? Mit links, mit links! Genau! Du hast los? Und dann einfach festhalten und dann hoch! Jetzt hoch und mit blau hoch festhalten, genau! Ich hab uns gerettet! Nee, nee, nee! Bleib so, ich halt mich fest! Warte! Okay! Boah! Boah, Schwede, ey! Okay! Jetzt musst du blau ... Genau, warte, stopp! Nee, das reicht nicht! Reicht aber nicht! Da kommt der Strom gleich! Lass mal R! Lass mal los, R! Genau! Ey, alleine ist das easy auch! Ich dachte, dass wir's ... Bis zu dem ... Aber jetzt sieht man auch ganz deutlich, an dem's gelegen hat, oder? Also ... Okay! 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 Hast du gegriffen? Ich hab's! Ich hab's! Erinnert ihr euch noch an den einen Beef, den ich gewonnen hab, weil ich überragend gespielt hab? Welcher war das noch? Um echt zu sagen, nee! Der mit diesem Quiz, wo diese Frage war ... Wie viel die schnellste Runden hat Heinz Harald Frenzen 1991? Hat sowas er gedacht? Mhm! Oh! Dieses dumme Quiz! Deutschland-Quiz! Wer hat so ne Stange gekriegt? Die Elfstange ist Stützräder! Was wollt ihr? Ein paar mehr Arme? Wollt ihr Oktopusse spielen? Ihr könnt einfach die Stange entlang ... Ich nehm jetzt einfach die Stange! Das ist schon ein bisschen entwürdigend jetzt! Aber die haben echt an alles gedacht in dem Spiel, ne? Superspiel! Wir könnten den Hebel ziehen, ja, nee, machen wir natürlich aber nicht. Die Altersheimstange, das schreiben die. Ja, das stimmt. Das ist so dumm! Oh! Yes! Ach, Simon, du hast es ganz alleine geschafft! Oh Gott! Okay! Wo ist die Münze? Wo ist die Münze denn hin? Gibt's hier keine? Geh, Nils! Nee, ich bin doch nicht selbst ein Börderist! Jetzt! Lass mich bitte los! Lass los! Und jetzt, ich lass los! Warte! Ja, wieso geht's nicht weiter? Ja, weil die anderen ... Ich hab's echt. Brauch ich aber nicht, Daniel. Ist aber lieb. Lass mich mal los! Äh, geh mal aus meinem Gesicht! Lass mich los! Nils! 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 Na, nils! Nils! Okay! Lässt du los Ed? Warte! So! Lass los! Ja lass, achso! Warte! Au! Ey Jungs! Warte, warte, warte! Boah, das da unten ist ja viel! Simon, hier müssen wir glaube ich nacheinander gehen. Bist du zuerst oder zu zweit? Als erstes Nehm, ich glaube alleine ist besser, oder? Okay, ja. Ed? Okay, alleine auch Ed, ne? Jo! Ja lass, lass mich los! Ey! Boah! Hier muss ich auf euch warten, weil ich sonst ... Simon, was geht ab? Wir müssen hier warten, sonst dreht sich das. Äh, sonst, ähm ... Ey, lass dich einfach killen, Booty, dann bist du auf der anderen Seite. Warum haltet ihr euch alle fest? Warum lässt du einfach los? Naja, was bringt, wenn ihr euch alle umgefallen seid? Äh, äh ... Dieses schlechte Gestöne wie so einen ganz schlechten Swingerclub. Ich bin gleich jetzt wieder soweit, genau. Ich wusste es. Der Lass uns doch einzeln, oder? Wer will zuerst? Hauptsache einer. Macht jetzt mal was. Ja, so geht's auch. Das ging auch. Kette war auch super. Und dann rüberschwingen. War auch ... Okay, Grüny, wir machen zusammen. Wuuuuh! Hahaha, das war ja geil. Oh Mann, ihr dreht mich! Oh, ich fand, Alter, eine halbe Sekunde ... Ist ja dunkler geworden. Ja. Oh. Ja, der Fernseher hat wahrscheinlich Energiesparmodus. Oder er hat einfach aufgegeben. Der Fernseher hat einfach ... Ich denke, er will so quasi uns langsam aus der Wohnung spielen. Bitte gehen Sie. Lass los. Nicht ... Ah! Oh, es war so gut gerade. Okay. Lass los, Pudi, lass los! Kommt da rechts plötzlich raus. Ja, hab ich. Alter. Lass los! Ja. Lass los, Eddie! Was war das denn? Haben wir so rumgebackt, ne? Okay. Hast du ... Oh, gut, 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 gut. What? Das ist mies, ey. Lass los, lass los! Jetzt gelb, du kannst loslassen. Ja, warte, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt, ich lass los. Ja, beeil dich! Grün, grün, grün! Grün, grün! Grün, grün! Es war zu knapp! Ah, sehr gut, okay. Okay. Ich geh jetzt einfach gleich oben lang. Ich hab's, ich hab's ganz rot. Genau. Sollen wir dich noch mitnehmen? Hier. Genau, halt fest! Nein! Ja? Ja, geschlägt. Oh, Hideo! Zu gierig, zu gierig! Ich halte. Ah, falsche Richtung! Nee, du musst loslassen. Ihr weg, falsche Richtung! Blau! Also, ich soll loslassen, okay. Nils! Schreifen. Im schwarzen Block. So, jetzt lass ich los. Jetzt ist mir da irgendwie... Ist wieder irgendwas dazugekommen? Schwing, Schwung? Ja, wenn jetzt... Los, los, los! Okay. Hä? Was war das denn? Und wollen wir die Münze holen? Ja, auf jeden Fall holen wir die Münze. Wenn ich jetzt... Ihr könnt... Wenn ich mir... Eddy... Hast du mich an der Münze? Nein, lass los! Okay, lass los! Eddy, lässt du mich einfach los? Warum? Aber das war super. Von beiden Seiten... Das war eigentlich völlig richtig. Von beiden Seiten zu kommen. Komm, du von der anderen Seite. Hat mir leider runtergefallen. Okay, ich lass die fallen, ja? Ja! Habt ihr sie? Ja. Sehr, sehr gut. Wir haben sie nicht in der Hand. Doch, ich hab sie in der Hand. Nee. Nee, nee, nee. Ich krieg sie nicht. Ja, ich hab sie. Ich hab sie, irgendwie hab ich sie. Ich pack... Ich pack den Roten. Okay. Warte, ich hab den Roten noch nicht. Okay. Genau, Simon, sehr gut. Achtung! Oh! Und jetzt der Blaue muss jetzt richtigen Schwingschwung machen. Und die Grün und Roten müssen fest... Nicht so doll! Nicht so doll! Nicht so doll! Wer schwingt denn so doll, Mann? Ich weiß es nicht. Oh Gott. So, ruhig. Wer ist das? Wer ist das? Das gibt's doch nicht! Jeder, der sich irgendwo rumguckt, als ob wir nicht alle genauso Schuld haben. Nein, natürlich nicht! Will der Gelbe erst mal holen? Ja, ich schmeiß das runter, das Ding. Wartet auf mich, bitte. Nee, wir gehen schon mal. Zuzutrauen wär's. Oh, oh. Hallo? Hallo? Komm langsam her! Aber ich hab eins gerettet! Ah! Grün, lass mal los, Grün! Das war Selbstmord. Ja, ich hab's nicht gesehen, ich war so angespannt. Kommt! Grün! Jetzt, was soll ich noch alles machen? Nee, du kannst dich nicht an dem Strom-Ding da festhalten. Ja, aber... Nein, lass los, Grün, bitte! Ja, okay, aber... Die Münze ist weg! Die Münze ist halt weg! Ach, echt? Ach, meine Güte. Ich muss sie noch mal. Ich sage, wir gehen rechts schon mal weiter. Und Nils geht mit der Münze einfach und wirft die nach rechts. Nee, das schaff ich nicht, glaub ich. Hä, wieso? Vom Timing her, weil ich muss gegen den Stromkreislauf an und dann hab ich keinen... Nicht die Zeit, glaub ich. Befürcht ich. Siehst du, der kommt da zu schnell. Du musst ja nur die Münze werfen. Mal hier, ja. Sehr gut. Ja, was denn? So, Simon, Münze nehmen. Ey, Leute! Ich kann auch nix mehr als L drücken. Okay, vielleicht kannst du sie mir jetzt einfach zuwerfen und dann kann ich sie hier... Genau! Perfekt! Hast du sie? Warte, ich halte sie dahin. Ich muss sie greifen. Das war gut geopfert. Gelb. Vielen Dank. Ich hab dich, du kannst... Warte, 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 warte. Oh, okay. Okay, lass los. Loslassen, loslassen. Loslassen, loslassen, Grüni. Grüni. Die was loslassen? Die Wand. Die Münze auch? Ja. Ah, shit. Hier, Simon. Ja, ja. Achtung, gelb. Ja, ich soll's loslassen. Ist okay, die Münze lebt. Der Rest ist egal. Die Münze lebt. Die Münze lebt. Ja, es ist egal. Dann könnt ihr runter. Oh nein! Ah, der kommt von da! Okay, pass auf. Äh, zack. Okay, Budi und ich sind richtig... Wir sind richtig so. Wir können auch alleine schwingen jetzt, Budi. Okay, bist du bereit? Das ist auch einfacher. Ja, es muss den Strom warten. Die Jungs, wartet mal ganz kurz. Das ist einfacher, wenn Budi nicht zu zweit schwingen. Und dann könnten die jetzt auch... Oder so. Jawoll. Nice. Äh, okay. Sehr gut. Zusammenschwenken, Simon, oder nicht? Ja, gerne. Okay, dann lass los. Lass los. Ich lass dich los. Bist du bereit? Du musst... Mach einfach. Ja, ja, mach. Was? Leave me hanging. Ah, Alter! Ich hab aber auch gedrückt, ne? Ich wollt mich festhalten. Alles gut. War knapp. Duuuu. 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 Halleck mich. Duuuu. 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 Ich brauch doch keinen Ballon. Ja, aber ich will dir helfen. Und dann magst du mich. Und los. Warum ist der Blaue so? Und wer ist der... Und was ist er doch schon? Ich wollte noch diesen Ballon lassen. Wir werden auch keine stinkenden Ballons. Stinkende Ballons. Yay! Neuer Rekord. Und freigeschaltet wegen der Münze haben wir einen Werbespot. Den gucken wir uns jetzt an. Können wir ausgehen. Ich glaub, wir spielen das heute noch mal richtig durch, Boys. Wir sind auf einem guten Weg. Oder was? Ja! Wir haben zum Glück nur noch 15 Minuten. Meine Hände sind wirklich? Krallen nur noch. Ja, das ist ein bisschen tatsächlich. Aber ich glaub, wir schaffen das noch durch. Oh, das sieht einfach aus. Ja. Spannend. Bis gleich. Aber was soll ich mir sagen? Matt sind wir. Matt? Wir haben gerade das angefangen. Anstrengend. Wir sind mega gut. Alle Leute sind enorm anstrengend. Ich bin schon wieder kurz vorm Gamescom-Stimmbruch. Bei euch das hier zu machen, das ist ein bisschen wie Saving Private Ryan oder so. Das ist, was wir zusammen erlebt haben. Das stimmt schon, ne? Hiho! Das stimmt. Ich kann's auch kaum abwarten, an eurem Grab zu stehen. Simon, warum? Das ist sehr böse. Wegen Saving Private Ryan. Na komm jetzt. Wer hat die Münze? Kommt einfach zu mir! Ihr seid alle erwachsen. Kann man auch mal einen Witz machen. Wer hat die Münze? Wer hat die Münze? Wer hat die Münze? Ah. Kommt an meine Münze ran. Dann werf doch her jetzt. Jetzt kannst du's rollen lassen. Du kannst einfach rollen lassen. Jawoll! Juhu! Alter, wie super Stylo war denn das? Mega Stylo. So viel zu Saving Private Ryan. Lila, Lila. Yeah! 35 Sekunden. So viel Skill. 35 lächerliche Sekunden. Hammer. Oh, das ist saulustig. Endlich auf sich selbst gestellt. Ja, wirklich. Dass irgendwie jeder sich... Oh, war das knapp. Jaaa! Nummer eins! Das passiert, wenn man das hier allein gestellt ist. Gut, ich werf dich. Ja, bereit? Nein! Okay, bleib so. Nimm die Münze wieder. Ja, ich mach mich lang. Ich mach mich lang. Wer ist denn grün? Ich bin... Wer hat mich denn gerade weggehauen? Wer ist denn da? Wer dreht sich denn mit mir da? Ich? Ja, hol dir mal die... Was ist das? Ich hab euch ein Ding gegeben. Ja, hol mal die Münze! Halt doch, ratz in die Münze! Ja, aber das Ding wär's doch super hier. Kommt doch hier da ran. Wir sind zu viel an diesem Rad. Das bringt doch gar nichts. Jetzt nimm die Münze! Schmeiß die hoch oder ersatz das! Jaaa! Sag das doch einfach vorher! Bevor du mich beschmeißt. So, Eddie! Ich kann nichts machen. Die Hand ein bisschen dran ziehen. Ja. Jetzt beschmeiß mich mit der Münze. Es ist zu viel Stuff happening. So, jetzt... Lasst euch doch an dem Rad... Lasst das Rad die Arbeit tun. Ich lass jetzt... Ich lass jetzt das Rad los. Lasst doch einfach das Rad los! Seid ihr Rad los? Leute! Super Tipp, Eddie! Einer zu viel! Es war halt einer! Da, 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 da! Eins an die Münze, eins an den Ballon. Da kommt gleich ein neuer Ballon. Das reicht doch aus. Eine Hand an die Münze, eine Hand an den Ballon. Da! Oder auch nicht. Lasst los, dann kommt ein neuer. Das macht schon Bock! Das ist super! Gib mir mal... Bist du das oben bei mir, Eddie? Nee, ich bin das oben. Willst du mir mal deine andere Hand geben? Also, ja? Nee, also... Alter, nee, so... Jetzt bist du nur noch hoch. Ich wollte, dass du... Dass wir länger werden einfach. Warum? Ja, ich komm hoch. Ich hab... Ja, also jetzt nimm... Direkt meine Hand. Ja, so. Nee, das kannst du loslassen. Genau. Soll ich loslassen? Soll ich loslassen? Warte! Woah! 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 Oh Gott! Oh Mann, ey! Super! Ey, ich kann diese Münze da nicht liegen lassen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Moment, ich komm jetzt gleich zu dir und dann können wir zusammen. Und jetzt lass los und nimm die Münze. Nee. Ja. Ja, ja, ja. Nicht dranhängen! Warum hängst du nicht denn? Ich dachte, zwei gehen, weil drei war das Problem. Ja, lebt noch! Nimm die Münze! Nimm die Münze! Nimm! Ja, wie denn? Ja! Ja! Hoch! 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 Nee, hör auf zu schwingen, Mann! Ich bin das überhaupt nicht! So, wir machen das ohne die. So, jetzt haben wir sie. Wir machen das ohne die. Nee, du musst loslassen. Ja, ich lass los. So. Easy! Jawoll, ey! Richtig gut! Stark! Alle sind auf sich allein eingestellt! Da ist die Münze! Ich hab die Münze! Will sie wer abnehmen? Ja, ich kann nicht! Warte! Wer ist denn da? Der Gnubbel da? Grün ist das, ne? Ja, so ist perfekt! So ist gut! Perfekt! Okay, Eddy, lässt du los? Los! Wer ist der Rode? Wer ist der Rode? Wer ist der Rode? Wer ist der Rode? Jemand hält mich fest! Warum ist das geschehen? Nimm die Münze? Ja, die Münze muss einer festhalten! Ja, sehr gut! Simon, kannst du die Münze nehmen? Ich glaub ich hab die Münze, oder? Nee, ich bin der! Ja, die Farbe sind fies jetzt grad! Oh, oh, oh! Ach shit, sorry, ich kann sie nicht mehr nehmen! Moment! Vielleicht jetzt, wenn ich... Jawoll, Eddy, sehr gut! Okay! Ich lass los, Ed! Ja! Super! Oben, nach oben, da durch die Lücke durch, ja! So, jetzt ist doch gut! Jetzt halten wir uns hier grade fest! Nils, kannst du... Ich komm da nicht durch, dann müssen wir... Ja, genau, sehr gut! Oh, jetzt einfach genau, 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 genau! Perfekt! Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir oben lang gehen, ne? Und dann... Ja, oben rum, ne? Ja, rechts rum! So, ihr müsst loslassen da, Leute! Nee, 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 er hat halt falsch abge... Nils hält die Münze! Ja, ja! Daran festhalten an Nils Münze! Simon, genau! Er ist... Nee, an meiner Münze! Ja! Wiu, wiu, wiu! Aktuell komm ich da nicht hin! So! Okay! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Warte, ich komm dir ein bisschen entgegen! Ja, super! Ja, aber ich glaub, ihr habt euch noch nicht, oder? Ja, jetzt! Äh, willst du noch mal? Jetzt Eddy loslassen! Okay, okay, gut! Eddy hoch! Und festhalten! Jetzt festhalten! Alter, Achtung! Alter, das war super Rettung! Das wusste ich gar nicht! Super gerettet gerade! Vorsicht! 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 Wir können schwingen, oder? Schaffen wir das? Nee, oder? Ist ganz rüber? Nee! Doch, in Stücken schaffen wir! Ruhig! Bleib cool! Lila muss loslassen! Nicht zu... Na, so ein bisschen... Wir können jetzt einfach nach... Straight nach oben! Ja, straight nach oben! Jawoll! Ist das los? Nein! Jawoll, ey! Gar kein Problem! Okay, ich lasse jetzt auch los! Super, super, super Profi! Oh, wir sind mittlerweile so gut einfach! Ey, ich will auf der riesen Bühne mit 20.000 live zuschauen... Und wir sind ein Clan gegen unsere Clans! Ja! Speedrun! Guckt euch danach nochmal die Videos an, wie wir spielen! Die sind super! Beim nächsten Haus an Haus gibt's das Spiel auf jeden Fall! Schade, da bin ich ja gar nicht dabei! Doch, du bist schon eingeplant als... Ja, als Post vielleicht! Als was? Als Post? Als Post-Production, ja! Post-Production! Oh, wer hat mich denn losgelassen? Wer macht denn sowas? Ja, ganz traurig ist das auch! Ja, schön warten! Wer bereitet sich denn da unten grad auf sein Ableben vor? Lass los, Simon! Ich soll loslassen? Nee! Ja! Okay! Ja! Große Kugel festhalten! Ah! Warum? Die Münze haben wir vergessen! Ja, stimmt! Die Münze haben wir vergessen! Oh ja, das geht nicht! Zurück zur Münze! Lass mich da mal los, Wer ist da? Wer ist da? Der Mörder da? Ey! Warum kommt der jetzt, der dumme Ring? Ich komme, Simon! Moment! Ja, hab ich! Okay, du lässt los! Genau, dann kannst du rüber! Ich hab sie! Ich hab sie! Kannst loslassen! Simon, kannst auch loslassen! Ich lass auch los! Ja, dann sterb ich aber! Das ist gut, das ist gut! Wer hält denn da noch an dem mittleren Fall? Ich find's! Und oben hoch? Ja, 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 ja! Oh! Äh! Na! Das gibt's doch nicht! Da hab ich so'n Kopf im Weg! Warte, 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 bis die Spitze weg ist! Ja, sehr gut! Äh, hopp! Okay! Sehr gut! Und jetzt schnell hoch, bevor die Spitze kommt! Yes! Jawoll! Wir haben's drauf! Nein! Wer ist das? Eddie? Nein, nicht mit der Münze! Er mag die Macht! Mein Gott! Es endet nicht hoch! Nee, die Münze nicht! Ja! Cool! Ey! Irgendwann den reinziehen, ne? Okay! Wir sind zu gut, das wird langweilig! Ja? Ja, wir sind nicht zu stark, ey! Wollen wir noch mal gucken, ob wir einen Versus-Mode finden eigentlich? Wir haben ja noch 20 Minuten, ich würd schon gerne nochmal Versus machen! Das ist aber in dieser Stage noch jetzt zu Ende! Spricht aber auch für uns, dass wir im Koop-Spiel einfach das Bedürfnis haben, danach nochmal Versus zu spielen, dass... Ja, weil wir ihn so kompetitiver aussprechen! Au, Alter, du alter Schwede! Einen Kinnhaken hat er mir gegeben! Oh, ich bin ja auch weit geflogen, ey! 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 Auch unten, Eddie! Kommt ihr dann mal, Jungs! Fällt ja ewig auf euch mal an! Ui! 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 Sehr gut! Hä? Superschwiggi! Oh, auf den einzigen... Ui! 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 Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Das war ein Massaker, ey. Alter, sehr gut. Hauptsache. Juhiu. Boing. Tü, 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 tü. Wow. Was war denn das, Alter? No, Eddie. Gut. Jawoll. Jawoll. Gut aus. Du lügst, ey. Lass mich da raus aus der Nummer. Wie er es unbedingt machen will, ne? Ey. Respekt, dass du es nicht getan hast. Koop ist vielleicht lieber versus. So, sollen wir echt versuchen? Jetzt haben wir den Paket durch. Komm, wir gucken mal, ob es... Nein, du hast Y gedrückt. Jetzt so frei. Oh, okay, das ist aber hart, ey. Ich dachte, wollen wir versus oder doch nicht? Mal kurz angucken. Ach, guck mal, das... Da, man, äh, da ist was. Ja, man muss die, man muss die erst mal anmalen. Man muss die sein Freispratzen. Aber wollen wir versus nochmal ausprobieren? Hätte ich Bock drauf. Also, hoffentlich gibt's das jetzt, aber... Die Maschine. Solo? Ne. Gibt's gar nicht, ne? Schade. Echt, dann... Das ist ja scheiße. Spiel in deinem eigenen Tempo. Aber ist Solo vielleicht auch mit mehreren dann? Ne. Komm, wir haben Münzen. Werf mal rein. Ja, geil. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Da haben wir nämlich auch diese Armschienen. Da können wir jetzt noch das nächste... Das. Ja. Das oder das? Ne, nur das. Aber wenn das unsichtbar ist, ist ja ein bisschen doof eigentlich. So. Genau. Willst du jetzt mal... Ja, lass mich. Ja, komm doch. Lass doch mal los. Autsch. Oh. Die Farben sind schön. Ich wollte schwingen. Oh. Au. Warte. Nein, nicht. Noch nicht. Äh, Nils, hältst du dich fest? Ja, ja, ich halb mich fest. Okay, dann lass ich jetzt los. Ja, also ist gut. Perfekt. Was ist ein pupsendes Lama? Den roten brauchen wir noch einmal für die Münze. Oder wir machen erstmal... Ich kann erstmal rüberschwingen. Lass gleich los. Oh, Alter. Oh, Alter. Voll in space. Hältst du mal ein bisschen mitschwingen? Ja, ich seh nix mehr. Ich nimm mir mal nach Gefühl. Alle? Ist egal, ich nix, Nils. Ist egal, ich mach nach Gefühl. Das ist so unnötig, dieser Kurz. Ich glaub, allein ist es wirklich einfacher jetzt. Ernsthaft. Äh, wie soll man denn dann da hinkommen? Wie hast du einen Schwingschwung? Nils, wirst du mich los? Nee. Warum? Ihr müsst direkt oben euch greifen. Ah, geil. Das ist super mit der Münze jetzt. Pass auf, wer ist das Eddy, ne? Warte mal, dann lass ich mal den los. Und dann können wir jetzt nach oben. Pass auf. Oh, warte, warte, warte. Du lässt los. Lass uns mal los, Nils. Warte. Leute. Leute. Ja, wir haben's. Bonus-Mode. Bonus-Bodus. Ja, schade. Ich hab gehofft, dass es neu ist. Ja. Das war's. Bäh, 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 bäh. Mein Arm hängt fest, guck mal. Habt ihr das gesehen? Ich komm nicht mehr weg. Oh, das war gemein. Mein Arm, was ist mit meinem Arm? Oh, das war knapp. Oh, mein Arm hängt auch fest. Super. Ah, eine gute Performance. 38, 1% mehr als vorhin, ey. Oh, nicht loslassen. Okay, warte, soll ich mal loslassen oder bist du los? Nee. Simon? Ihr wollt ja an die Münze ran? So, ich schwung jetzt rüber, ja? Bist du bereit? Mhm. Und jetzt beim nächsten und los. Oh, da oben ist auch noch einer. Jawoll. Ich lass los, Simon. Nee, komm mal an meine Münze ran. Habt ihr die Münze? Ich lass los, Simon, du belabst, ich lass los. Mhm. Und wohin? Weil du weißt, ist jemand, wo der Nächste ist? Langmachen und schrecken. Ja. Guck, wo es stickt. Hier. Da war was. Warte. Warte, ich hab's noch nicht, ich hab's noch nicht. Hehehehe. Ja. Grüni los. Jawoll. Hammer. Und sichtbar find ich ein bisschen dumm, ein bisschen Glücksspiel. Super stark. Richtig gut, ey. So, mal gucken, ob wir, ähm, diese andere dunkle Level nehmen. Ich glaub, das war auch freigeschaltet. Ne. Ne. Ne, ich glaub nicht. Ne, nicht? Ne. Mal das gesehen zu haben, ja. Uli, lass los. Ich hab... Lass mal los, Geld. Entschuldigung, falsch das. Geld? Ja, ja, falsch das. Aber das ist oben lang, oder? Und ich kann doch die Münze holen, dann. Okay, äh, 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 Roti, fasst mal ganz oben am Block, am Blockkopf an. Ja. Da. Ja. Wo willst du... Grüni muss auf der anderen Seite bleiben. Okay. Ja. Nils, lass mal... Ja. Ne. Jetzt, sehr gut. Jetzt Nils loslassen. Aaaah... edition... Schaffgust. Okay, warte. Hoch, 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 hoch. Au, der... Ja, der ist oben noch... deportiver an der Eingang. Da muss doch ne kleine Lücke... Ist doch da bestimmt, oder? Warte. Alle höher sozusagen. Ne. Ist halt nicht so, ne? Probieren drüber. Irgendwo weiter hoch. Ja, okay, dann müsste ich jetzt, Simon, du hältst mich rechts fest, das ist richtig, ne? Warte, ich geb dir die Münze. Ja, sehr gut, sehr gut. Simon, mit deiner linken Hand die Münze nehmen. Warte, warte, ganz langsam, ich komm jetzt. Hast du? Perfekt, ich lass los, du hast Simon. Perfekt. Okay, ich hab. Da musst du ja unten rum, oder was? Gar kein Problem. Aua, au. Stark. Stark mittlerweile. Oder? Ich würd sagen, wir sind die Weltbesten. Mindestens. Wir haben beständig einen Rekord nach dem anderen. Ach, du Scheiße, ey. Gern geschehen. Oh, wir haben überlebt. Nee. Ah. Ah, shit. Warte, mein blauer an dich. Nee. So, jetzt kann ich loslassen. Ja. Wer hat Lufina losgelassen? Naja, ich dachte, wir schwingen halt. Aber, da waren wir nur zu zweit. Oha. Ah, dumm. Mein Arme. Hallo? Ah, guter Move, ey. Oh, shit. Oh, shit. Nils, willst du zuerst? Ich bat jetzt auf dich. Ja, warte. Ich muss ja kurz umgreifen. Jetzt. Nein. Oh, warum? Nicht loslassen jetzt da, bitte. Oh, war das knapp, ey. Oh. Okay, lass nicht los. Blau. Äh, rot nicht loslassen. Wir können die anderen schön abholen. Warte mal, ich lass mal deinen Kopf los. Perfekt. Wenn ihr jetzt zu uns rüberjumpt, dann haben wir es. Und die Münze können wir auch noch nehmen. Okay, sehr gut. Schwing ich zu uns, Simon. Und möcht ich dich holen? Nee, einfach schwing. Schwing ich zu uns. Und dann fasst du die Münze an. Ja, ich hab mal kurz den Fall zu Schwung genommen. Ah. Ich komme zu euch. Oh, ich hatte dich fast. Ich muss mal oben rumschwingen, damit wir länger sind. So. Au. Kommt zu euch. Nein, 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 nein. Oh, passt. Oh, come on. Soll ich dir mal einen Tipp geben, Simon? Greif mal jetzt einmal um. Nee, einmal umgreifen. Oh. Das war so knapp, ey. Hau, hau. Wenn ihr respawnt, könnt ihr gleich den... Sehr gut. ...grünen da. Jetzt müssen wir rüberkommen eigentlich, Simon. Ja, einfach rechts rum. Genau. Ja. Aha. Oh, das haben wir. Jawohl. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Prima. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder... Ey. Okay, nochmal. Ich bin nicht ran, ey. Jetzt aber. Jetzt aber. Jawohl. Ich hab uns. gut. Jawohl. Zu gut für dieses Spiel. Oh. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh, sorry. Hier, Simon. Komm, lass. Du kannst loslassen. Ich hab dich. Ja, ach so. Okay. Äh, ich lass rechts los. Ja, und jetzt. Ja, ich hab's. Okay. So, kann ich... Wir warten jetzt hier, damit ihr kommt, okay? Mhm. Hihi. Hihi. Was ist weiß und guckt das Schlüsselloch. Ein Spannbettlaken. Na. Ja. Dankeschön. Die guten Abend. Guck, kann man auch mal machen. Um 11 Uhr morgens. Abends. Was sagt der Origami-Lehrer zu seinen Schülern? Kannst du knicken? Nein. Der Lehrer, der faltet seine Schüler mal zusammen. Eddie, kannst du Nils wohl? Soll ich? Nee, macht erst, ne? Die Connection macht ihr erst. Ich hab dich. Okay, ich lass los. I got you, babe. Nee. I got you, babe. I got you, babe. Ja, und los. Und Nils. Ah. Hör, hör, hör. Seid ihr sicher, dass wir oben rum müssen? Wir werden ja sehen. Sieht gut aus. Nee, sehen wir mehr genau. Oh, nein! Ist es nicht schlimm? Ist es nicht schlimm? Wir haben die Münze. Kommst du wahrscheinlich auf. Ich hab's. Ich hab's. Nils? Ich kann nichts machen. Dann musst du irgendwo greifen können. Nee, lass doch einfach fallen. Wieso lassen wir uns hier einfach fallen? Jetzt nicht schwingen und fallen lassen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Einfach fallen lassen. Echt jetzt? Ja. Oh. Sehr gut. Nein. Was ist geschehen? Nein. Warte, ich hol dir einen Ball. Ach, da. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Das Ding fliegt doch nie dahin, wo ich will. Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu. Er ist gut. Das ist ein charmanter Witz. Ach. Platsch. Super. Sehr gut. Mit einem neuen Rekord. Sehr anstrengend, ne? Studierter Bauer, ein Akademiker. Ja, Leute, das war's eigentlich, ne? Ja. Wir sind am Ende. Oh, mir tun die Hände weh. Ja, wir müssen am Ende die Hände weh. Das war aber lustig. Das war fünftig ganz okay. Let's never do that again. Wir haben's durchgespielt. Ich glaube, das war der letzte Level. Das ist tatsächlich letztendlich. Alles, was dem Spiel fehlt, ist wirklich nur ein kompetitiver Modus. Das wäre echt nochmal eine Empfehlung. Aber es macht schon Spaß. Schon N-Plus-mäßig. Ah, super. Ein Wettrennen oder sowas. Das Mount Your, wie heißt das? Mount Your Friends. Mount Your Friends weitergedacht. Habe hier schon keinen Bock mehr. Gegen euch. Ja. Ist immer ein gutes Zeichen. Ja. 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 Das war's mit dem Beatstag für heute. Morgen wieder fantastisches Programm. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommt in den Supporters-Club. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ihr kennt den Spaß. Wir sind raus für heute. Es ist spät. Wir sind alt. Ihr seid jung. Geht raus. Genießt das Leben. Respektiert mal was. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.